wir fangen jetzt noch nicht an ich sag aber wir starten weil ich das youtube video gestartet habe so wir sind beim avorian community avorian community event ich habe gefragt ob leute mitspielen wollen es sind 15 leute erst mal geworden aber es kann sein dass die tage noch ein paar dazukommen nachzüglerheit es ist ja heute auch sehr warm deshalb kann ich verstehen dass leute die sich vorher angemeldet haben oder gesagt haben die heute interesse an dem event im nachgang vielleicht gesagt haben ist mir zu warm heute ich komme nicht trotzdem man sieht ja die auflistung vom discord hier links wir haben ein paar regeln aufgestellt dafür dass also es geht erstmal um pve weil die meisten haben sich für pve event und nicht für pvp entschieden wodurch es eigentlich darum geht bei avorian die bosse zu besiegen wir spielen auf dem allerhöchsten schwierigkeitsgrad plus dass blöcke sofort zerstört werden können ich glaube der damage schaden auf blöcke 100 prozent ist so kommen wir lieber zu den regeln weil alles andere also es gibt so ein paar einstellungen vom server ich weiß nicht ob die 100 prozent richtig sind aber wir werden das einfach merken beim spielen wenn irgendjemand meckert mit der zeit wird sich das dann schon ergeben so die regeln sind eigentlich dass wir vanilla spielen also keine mods es nur von spielern gesteuerte schiffe sind im kampf erlaubt ki schiffe sind nur für mining erlaubt jeder spieler darf während des spiels sein schiff bauen darf nur während des spielens sein schiff bauen und ausbauen also keine steam workshop schiffe benutzen also alles muss aus eigener leistung heraus gebastelt werden blackhand durch die regen geschrieben aber ich darf im spiel ein design machen und das speichern oder also wenn das auf dem server gemacht hast ja ja würde ich sagen aber nicht von anderen spielstände die übernehmen okay es darf kein avorium material verbaut werden bzw keine objekte außer den sprungantrieb es darf keine spoiler geben am besten die bosse killt weil ich habe das noch nie gemacht keine fraktion unterstützung anfordern auch damit das schwieriger bleibt fraktionsunterstützung wer du kriegst du kannst mit drei millionen credits so ein signal kaufen dann kannst du halt von unterschiedlichen fraktionen mit denen verbündet bist kannst halt schiffe schicken lassen die dich dann unterstützen im kampf die angebung also die bosse werden nur zu gemeinsamen zeiten bekämpft ob man nur allianz oder eigene schiffe nutzt ist jedem selbst überlassen allianz schiffe meint wahrscheinlich die die mit dem seat gebaut werden du kannst schiffe bauen und die lernst übergeben da kann jeder spieler der lernst mit nutzen wie das schiff gerade ja und das sind die engste geschiffe wo du auch im koop spielen kannst also einer ist der captain deiner ist torpedo offizie der andere ist der ich habe ja nicht in der allianz gespielt avorium ich meine hier noch als erklärung also als nur in meinem koop spielen wird nur der imperator darf die angriffe planen und muss die rätsel lösen wie man zu den bossen kommt also werden wir nie fertig damit ich dürfte den imperator nur in rat und tat bei stehen wenn es darum geht also dass das was black noch dazu geschrieben hat dass wir in schwierigkeit habe ich gesagt schiffe bauen und reparieren ist nur an den stationen möglich perma des für schiffe ist aktiv blöcke allein bei treffer vollen schaden das habe ich auch irgendwie so halb schon erwähnt wenn am ende alle bosse schiffe zerstört wurden ja dann gucken wir mal was wir dann noch machen dass wir jetzt erst mal daraus machen wie soll man das noch nachchecken ob man ein schiff aus dem workshop genommen hat das siehst du also ich glaube dass wir am ende sehen können ich habe auch so ein paar schiffe aus dem workshop bin ich damit war immer 40k assault ship ankomme dann weiß jeder dass er sich gebaut habe oder du bist richtig gut oder ich bin richtig gut ich habe auch schon star wars schiffe gebaut deswegen frag ich ja es ist aber man wird ja merken ob jemand sag ich mal von jetzt auf gleich irgendwie ein schiff gebaut hat wofür man im workshop wahrscheinlich also momentan stunden auf sich einige stunden beschäftigen würde und ich glaube ihr seid alle einfach schon los geflogen und habe angefangen ressourcen zu ernten ich bin hinter dir weil nur noch vier spieler hier sind auf dem desktop ist das so ich habe mehrere geschwader stelle gemacht weil wir müssen ja nicht die ganze zeit mit 16 leuten im einen stelle sein das könnt ihr aber selbst entscheiden kann auch sein dass ich meinen anderen stelle jeweils hier zu laut wird oder sage ein paar leute also wir müssen mal gucken ob das hier zu laut wird langfristig oder ob wir uns dann aufsplitten auf die anderen channels beim gemeinsamen angriff oder bosse werden wir natürlich doch mal wieder zusammenziehen aber jetzt starten wir einfach und wir machen erst mal so lange wie wir lustig sind ja ich habe mal auf acht tage getippt was acht tage für den boss für die alle wie ist es wenn man zufällig ein boss findet und sich nicht zurückziehen kann und nur der kampf der ausweg ist die kannst du nicht zufällig finden und gelöst doch den ersten kannst du nicht die börse das sind ja die questbosse um den barriere zu überwinden die meine ich nicht zähle ich nicht die du für die barriere brauchst zählen ja nicht erst bosse ja aber nicht aber nicht das erwähnt das macht was du die bosse so oder so für also meinst du nur den endboss und die geheimen böse die da versteckt sind ja die sind auch viel schwieriger bei anders denn wobei das laser piech das unzerstörbar ist das kannst du auch durch zufall treffen man muss es triggern nicht unbedingt genauso wie die spice boss am rande der galaxie den kannst du auch zufällig alle starten wir mit dem normalen drohnenschiff also ich habe es nicht alle bosse noch nicht gehabt ich habe noch ein bisschen durchgelesen da stand man muss sich trägern also wenn du trinkst in dem du das erste mal den wohnen kaputt machst was spoiler ist erlaubt der ein sport ist erlaubt magnetisch ich habe ja nicht den damen voll ausgesprungen nur worum gesagt und übrigens wir springen gerade alle so ein bisschen rum weil wir natürlich jetzt gucken dass wir nicht alle im ersten gebiet anfangen zu meinen nö ich suche ein astreorin oder das also der weitere vorder ich weiß gar nicht ob das erwähnt wenn wir jetzt mit allianz schiffen wie zum beispiel die nicht explodierte q unterwegs sind und sie ist und lernt und du baust was mit diesem allianz schiff ab landet es sofort auf der bank für alle und mit der drohende seite gerade noch dabei dass ihr euch selbst die tasche füllt falls das relevant ist ja richtig so der ergänzung ich habe was richtig feines gefunden ist ja auch in ordnung würde die deshalb weil ich doch im staatssektor bleiben sollen alle anderen weg schicken diese sind alle wegflogen nö nicht alle also ich sehe noch in dem staatssektor fünf stück ja ich bin einer von den wissen mehr als fünf stück sind jedoch ich wollte sagen also ich habe ja nur gerade drüber geflogen wie die leute die zugucken wenn ihr mitmachen wollt geht einmal in die wartebereich bei ich sehe euch dann stalker sollten diese personen dann eine rose im mund haben damit kann man die dann schneller können die rosen wenn sie doch hier nach sieben tagen das ist doch jeden tag hat lecken eine rose für jemanden nein ja so leute ihr dürft jetzt gerne in die andere gesparte wechseln und gruppieren gut ich gehe runter wenn ihr möchtet da wollte jemand auf keinen fall mit mir in einem channel sein das werde ich mir erst mal merken endlich ein bisschen titan ich hoffe dass wir wirklich kein speedrun werden soll aber wer weiß man weiß ja nicht was die anderen so umhantieren deswegen sind auch die zeit zwei letzten regel dazu gedacht dass es keiner so richtig schön guten abend flo ich finde es interessant wie es dann aussehen wird wenn die ernsten leute anfangen ihre schiffe zu bauen live im server und dann vielleicht der ram bisschen leiden wird werden wir sehen das ist gemütet das ist nicht unser problem richtig ist unser problem wir haben bezahlt die müssen dafür sorgen dass funktioniert das gut und eigentlich soll es mit 32 spielern funktionieren also wird man 30 gemütet ich habe zwar jetzt gerade die server stadt nicht offen doch habe ich wohl nicht das server profil zeigen meine dienste webinterface juhu ressourcen nö du kannst ein server auch lokal hosten für ein paar spieler aber ich war mal so frei und habe mir gedacht wenn wir bis zu 30 leuten werden könnte das ein bisschen schwierig sein über die leitung bei mir laufen zu lassen habe ich lieber ein server in frankfurt gemietet habe ich mal richtig mir was kosten lassen hier für sie werden wir können können wobei ich wahrscheinlich den hätte auch wenn ich ein bisschen mehr zeit gehabt hätte hätte auch sponsern lassen können für sie werden bestimmt aber es hat dann wieder so viel zeit gekostet das war jetzt einfacher schön machen es hat ja keine zwei wochen gedauert bis hier richtig deshalb ist das alles auch so gut durchgeplant ich sehe schon kaum dass die jacks den server wenn der spiel vorbei ist einfach damit nutzen sich schiffe zu bauen dann ist es ja erlaubt dass wir es benutzen ja ich meine nur was ist das überhaupt für ein spiel avorium ist ein weltraum spiel wo man seine schiffe minecraft ähnlich aufbauen kann mit unterschiedlichen modulen und materialien und wo es dann auch bosse gibt sag ich mal also du kannst auch eine allianz gründen theoretisch ich glaube der größte serverdienst gibt es mit 100 spielern zurzeit obwohl noch mehr gehen soll und das ganze spiel auch im singleplayer da sieht das auf server also wenn du in singleplayer gehst wird automatisch auf deinen lokalen rechner server erstellt ja aber du kannst den server nicht von anderen betreten lassen lokal singleplayer spielst ja aber das kannst du schnell umstellen das ist kein problem das ist eine indie im grunde also ich habe letztens mein privatspiel schnell umgestellt auf öffentlichen da ist jeder mit einer reingekommen sollte bauwiss nicht für alle direkt freigeschalt sein ich weiß auch nicht ich habe in den option doch ich habe eine option da gibt es eine einstellung construction knowledge also construction knowledge for everyone und da habe ich ja auch true gestellt aber kann sei es dass sich übernommen hat ich wollte eigentlich auch einstellen dass die asturiden etwas mehr ressourcen geben hat er aber auch nicht übernommen in der konflikt datei wahrscheinlich ist eins das maximum und du kannst das gar nicht höher stellen man kann es eigentlich höher stellen aber wer weiß was du da eingeben muss damit es höher geht da alle werte mit eins punkt zahlen gemacht werden habe ich 1.5 natürlich versucht also habt ihr in der konflikt des servers das bauwissen das alte genommen wie es funktioniert oder das neue wo du das freikämpfen muss drei kämpfen also kämpfen kaufen oder sonst noch was damit machen zu kaufen oder erwirtschaften das neues system ok neben ressourcen tippo kommt es aber nicht kaufen oder ich bin noch nicht bei den mussten mit mit hohen materialien kannst du es als titan kriegst du immer geschenkt verdienen am tor als als torter wenn du zum ersten titan abbaus und danach musst du die kaufen kämpfen schmuggeln schlag mich dort ja aber wir können die auch freischalten über admin befehl eigentlich wollten wir die alle verfügbar machen für jeden aber dann wird das recht gerascht ich weiß nicht was vom blackhand das jetzt nicht dann wollte aber an sich war es blackhands wunsch dass alle baupläne sofort verfügbar sind für jeden idee ach so was waren die nur die idee dann musst du auch die dahinter schreiben ach oder davor blackhand hat auch immer noch nicht verstanden dass das sein event ist ich bin einfach nur als gast dabei ja deswegen auch her als imperial ja und ich gebe nur mein gesicht dafür ist wie produced by doctor gesponsert bei dr poof richtig directed by steven spielberg er war jedenfalls mal über skype zugeschaltet beim dreh die eine fußszene war necessary für den film ne ja bei jedem guten tarantino film ich bezahle ihn mit meiner arbeit dafür steht dein name im server ihr werdet bezahlt nein du nicht ja ich mach gerade die arbeit hier ne ja ist ja auch richtig so ich habe dir ja gesagt du hast ja gedacht macht ein avoring event wäre voll cool habe ich gesagt ja kein problem wenn du das organisiert das hast du nicht erwähnt das hast du nicht erwähnt du hast gesagt die findest toll du belegst das mal verfahren machen wir jetzt und hallo ich habe ihm drei tage zeit gegeben um alles zu planen großzügig ja in drei tage ist doch viel ihr habt gesagt es geht nicht weil dann kommt jagged alliance 3 raus und ich bin nächste woche auf ein charity event wenn da muss das diese woche noch starten ansonsten müssen wir es noch weiter nach hinten legen ich habe aber und zum release wirklich gespielt so 60 70 stunden das war aber meistens so immer nebenbei also ich habe so gespielt wie man früher online gespielt hat als meiner das ist ja auch die einzige spielweise von avorian hieß ja die wenn du alleine spielst macht das schon sinn und meine als schiffe sind ja auch hier erlaubt also und deswegen habe ich auch entschieden dass du der story teller also ist ja gut da ich das schon so viel vorbereitet habe höre ich gerade zum ersten mal überraschung hast du einen 21 seitigen würfel mit denen dann entscheiden kann moment ich muss meine antwort erwürfeln ich habe einen 3d twitter und internet ich kann mir einen drucken der würfel sagt zieh dein t shirt aus komischer würfel moment da ist der würfel vom spiel von mir und meiner freundin der würfel scheint eingenommen zu sein ok dann ist das ja avorian v2 soweit ich weiß da hat sich ja einiges getan die leute sagen haben sich einiges getan aber ich glaube am anfang noch nicht so viel da haben sich ein paar regeln geändert mir nicht das war ich bei bauwissen das kriegst du nicht einfach so schnell sondern da musst du diese ich habe einmal mit dem entwickler gesprochen aber da haben wir nur über sektoren abgleiche gesprochen und weil in der früheren version hat sich ja im sektor nichts bewegt außer man war vor ort das hat sich ja geändert dann irgendwann ja vor kurzem ja es ist schon ein bisschen länger also also es muss schon ein bisschen länger sein weil da auf der gamescom vor drei jahren oder so wo ich den getroffen hatte und mit dem gesprochen hatte da hat er schon gesagt das haben wir schon im patch gelöst schiff gründen glaube ich überall wir müssen nicht zur schiff werft nur das reparieren müssen wir an der schiff werft ne black also schiff gründen kannst du überall aber ich würde es empfehlen in nähe von schiff werft machen weil du kannst dann nur generatoren und so hightech dinge in nähe von schiff werft alles klar also wenn du mitten irgendwo ins mars hast dein problem weg zu kommen dann kriegst du irgendwo hin damit du erstmal wieder kuh haben brauchst und das dann verreckst du vielleicht nebenbei ja ja alles gut oder ein unterspieler ist so gnädig und schlepp dich ab macht dann ja ist ich habe auch nicht daran gedacht ich muss ja auch crew anheuern dann macht dir dann auch keinen sinn wenn du unterwegs bist ist ja das furchtbare an diesem unfall mit der kuh passiert die hatte ja keine crew und ist dann mit 30 zu schiffscherf getuckert als sie explodiert ist durch ein reaktor leck er hat schlechte wartung wir haben einen titan ich würde gern noch einen titan mitnehmen Weltraumader ganz böse nummer aber ich sehe gerade keinen da fliegst du irgendwo hin damit du kuh haben brauchst was ach crew ja crew es gibt kein crew level gibt uns drei tage wir bauen den kuh sektor da ist nochmal theoretisch kannst du in server starten wo das die größe des schiffs nicht limitiert ist ja du kannst unendlich machen ja das ist auf dem server nicht angeschaltet besser so ja größer als 15 ist halt nur noch rechten leistung fress ja es es geht größer als 15 aber nur äh lecker kannst du dransetzen die keine rechnung leistung verbrauchen also hüllenteil genug also kannst nicht äh ne familiale schilde reinklatschen ja du kannst mit diesem mit den mainframe modulen halt müssen arbeiten oder da kommt du auch an ein limit irgendwann 600 also eigene fraktions dinge zu machen können können wir gerne machen ist sogar hilfreich eine fraktions dinge in form von was stationen besitzen ja gut ja die obligatorischen edelminen sind halt geld generierungsmaschinen die du nebenbei laufen lassen tut also wer im chat langeweil hat der kann sich den workshop von avorian angucken es gibt alles also ihr spinn hat schon alles gemacht bei war es gibt alles aus war immer 40k an schiffen es gibt auch ganz viele schiffe natürlich aus dem star trek universum aus aus barblon 5 und so weiter und so fort ich glaube es wurde schon alles nachgebaut was es gibt es mag es gibt auch viele schiffe von belastica zum beispiel atlantis gibt es ja auch pokémon schiffe ich meine ich habe irgendwo dann ganz schön geworfen das auch hier hat den sektor an irgendwie das sind kai dinger oder das sind kai dinger ja das ist sonst sein kannst du auch crew an anderen stationen anheulen oder nur an der werft wenn du kommst du so auf die karte da kannst du rechts nach kru filtern falls da was genaues aus aber sonst kannst du es an jeder station machen für die standard leute die sich nicht leveln können die haben auch paar spezielle dinge je nach stationsart aber generator bauen nur bei schiffswerft ja also alles hightech mäßige erst was man braucht ist ein kapitän ist ja es macht ein paar sachen einfach obwohl kannst ihn halt viele sachen erfüllen lassen muss halt nicht mehr selbst steuern oder du setzt den halt direkt auf ein anderes schiff also wenn jemand noch streamen will kann der gerne machen warum wird das gefragt ja ob nun du streamst ja nur ich stream im moment das ist richtig aber wer noch macht der stream will kann gerne machen da gebe ich nichts vor außer du hast was dagegen ich habe da nichts gegen warum soll ich was dagegen haben ach der hat eh keinen titan hier ganz bei ihm aber eisen sehr gut verkaufen ich will kein eisen verkaufen hört auf mir eisen zu schicken was soll das jetzt die allianzbank naja ich habe eingezahlt von meiner drohne damit ich ein allianz schiff bauen kann weil das ist ja was anderes jetzt wird sie q2 ich dachte schon mir hat ihm was geschickt aber es ist immer das irritieren ist das allianz ding gibt es nicht du kannst auf städte wechseln da wird allianz nicht angezeigt aber was kann ich drück enter und da wird ganz unten tippen kannst du die dinger das alles geht auf städte aber es wird angezeigt bin dass in allianz reingeballert wird ja aber wenn du in chat reingeht wird das nicht mehr angezeigt das ist doch angezeigt dass das ja das schon aber dann haben wir auch abschalten achse hat 95 heuschrecken verloren aus dem futter behälter für seine tiere die aurora wird eigentlich ganz ne wer hat das denn ist ne romantische nacht wahrscheinlich die wird angekannt da geht es gewinnt hier oder stimmt lass noch nen äh wassereimer in der mitte des raums und dann machst du noch nen sellerie rein für so ne richtig schöne teilstimmung oder du holst dir ein paar kröten ich würde gar nicht weg springen müssen übrigens ist ja ein sektor wo es ne patrouille gibt umgelaufen ja ja man darf keine workshop schiffe benutzen die regeln hier sind selber bauen wer also workshop geschütze sind okay für anpassungen weil das finde ich ein bisschen friemelig wenn man dann selbst das geschütz baut also gibt es einfach zu schöne als ersatz und vier stationen gelten dieselbe regeln super ja da hat man jemals gefragt da habe ich auch mal so antwort gegeben ich will nicht wissen was er geplant hat ich will ja schon fragen musste ein sektor voller stations borg gubi der todesstern als station wir sind die borg was wird dort produziert auf dem todesstern richtig weizen ja geländer das wäre einfach ne weizen äh weizenfarm weizenfarm alpha also sollen wir unsere schiffe jetzt alle als allianz schiffe bauen oder als eigenschiffe überlasse ich euch wie ihr mögt hat voll nachteile also ich habe am anfang ein eigenschiff gebaut gut für den anfang der ist auch sinnvoll sonst verfliegt der nächste das ging aus der riebe maß das wir haben vergessen wie ellen klang das dort einen titanasteroiden abzubauen mit der drohne man muss ja wenn man mit dem auge erspäne du kannst theoretisch wenn du nichts angewählt hast taps beim bis unten rechts material kommt oder drückt enden und scrolls mal ein bisschen so durch system und guckst ob irgendwo was weiß leuchtet oder eine lupe ein mit steuerung tag geht man wieder zurück was übersprungen zu sehen na da guckte ich meine augen geheim verstecke kann man auch erbauwissen finden nur als info aber nur jeden zehnten oder so auch in sektoren wo es das material nicht gibt nur dem bereich wo das aktuellen material kriegst auch diesen bauwissen abkommst fünfmal 1 gehabt machen wir eigentlich auch fraktionskriege gegen kai reiche können wir gerne machen ja der imperator bestimmt ja das ist in ordnung weil black kein gesagt das in ordnung ich meinte für die allianz bestimmst du ob gegen wenig kämpfen gegen alle keine alles klar wir können jetzt jeden einfach endlich die pracht zu zerschießen und die fracht von denen dann auch schmule outpost verkaufen ja alle andere fax wir mögen uns nicht so sehr glaube ich ist eine grundanstellung nur die einzige die erste fraktion ist glaube ich auch 85.000 so ja ja ist das nicht wenden nein also keine einstellen wie die anfangs freundlichkeit ist ich glaube die sind gut eingestellt auf dem schwierigkeitsgrad automatisch die ist auch sehr schlechte anfangs beziehung aber es kann sein dass ein zwei fraktionen die über gut gestellt ist weil das schon ein bisschen random generiert ist aber die tradieren halt mehr auf schlecht ich hab schon geschafft meine ersten laser zu verschrotten glückwunsch das ist schön hoffentlich hast du genug geld für 9 wir sind eigentlich genug das ist scheiße wieder in die drohne in meinem allianz save ist genug geld oder so wie kann man denn hallo jeder hat doch 200.000 bekommen oder also nur ich habe das für den astro ihnen bekommen weil irgendjemand hier hast du ihn geklämt hat und ihn schon verkauft hatte genau wo wir gesagt haben gar nicht angefangen jetzt du das geld bekommen ich glaube du hast nicht auf annehmen gedrückt ich habe auf löschen wird das trotzdem angenommen ich muss gleich mal ein fahrzeug bauen ich glaube jeder hat jetzt genug gemeint und jetzt kommt die bauphase die stille bauphase also ich habe mein schiff schon gebaut und ich bin tot ja gut er hat escalated quickly ja mit einem schuss gestorben ja Geld und Material habe ich jetzt auch jetzt muss ich nur nur Schiffswerse finden du musst nur im Sektor sein wo dein Schiff her ist du musst nicht direkt am Schiff her sein ja aber ich bin mit einer Marsch der Welt also Sektormäßig bleib verschuldet oh ja oder mach wie ich lass dich umbringen wo ist denn der wo ist denn der da ist die Schiffswerft bin ich faul in Bezug auf was ne ich baue selbst schon gut man kann ja Schiffe kaufen ja du kannst dann ja Schiffswerft ein Schiff bauen lassen ja sie sind auch erlaubt das mache ich nur für das Mining Schiff wobei ich finde die machen immer was die sind auch erlaubt die sind auch erlaubt die man zu nehmen genau meistens echt Much wir sind ja das Problem ist dass die ich finde die Generatoren sind immer viel zu schwach von den gekauften Schiffen kannst du halt voll vergessen gerade wenn du auf Eisen bist da haben die ähm da haben die irgendwo einen 5 Volt Batterieblock eingebaut die gute 5 Volt Batterie hallo ich bin ein Block ich mache mir gerade den Spaß und baue mal das erste Schiff an ich bin auch gerade am basteln irgendwas zweckmäßiges erstmal irgendwas zweckmäßiges erstmal aus 1000 Blöcken etwas was aussieht wie ein Warhammer Schiff zusammengeblüht und brutzelt nein das wird kein High Schiff was stimmt mit dir nicht hat das Cutco geschrieben? ja natürlich wer sonst auf was habe ich denn die Distanz gerade hier eingestellt also Cutco aber wenn du ein Heilfisch haben willst komm rein ja du musst dir einen eigenen Heilfisch bauen aber ich dachte wir bauen Enten kannst auch Enten bauen das Entenimperium das Entenimperium auf meinen wo ist das Schiffswerft? wo ist das Schiffswerft? ja da hinten 34 Kilometer ich wünschte ich wäre eine Ente ganzen Tag Brot von den Senioren abgreifen ja und dann nimm Brot mal vier Kunden den brauche ich und wenn die kein Brot dabei haben dann werden erstmal die Knöchel gebrochen ich denke die man halt so tut das Ente ja ich will jetzt noch nicht so viel Zeit ins Schiff investieren weil das ja nur vorübergehend ist ich habe die Quartiere vergessen ich habe die Quartiere vergessen sehr gut du brauchst keine Quartiere wenn du keine Kuh hast du brauchst nicht genug Geld du brauchst nicht genug Geld der Moment wenn du vergisst die Spiegelung anzumachen und realisierst das nur die eine Seite angemalt wird würde ich das nicht nennen ja mit einem Torpedoschiff so sieht es auch aus wenn man die Meldung bekommt du hast keine Waffen für diesen Sektor aber du bist zu schwach aber du bist immer zu schwach aber du bist immer zu schwach ich bin halt nicht strong genug du bist immer zu schwach ich bin halt nicht glück Ja, keine Besatzung ist okay. Wir arbeiten dran. Immer diese Piraten. Was für ein Plopper. Warte mal. Wie hat man... Wie aktiviert man das Bauwissen? Auf P, Inventar und Bauwissenrechte Maustatz benutzen. Ach, da ist es. Ich habe es gerade nicht gefunden. Der wird dir auch noch ein Spieleinventar angezeigt. Okay, hab es. Sag mal bitte alle Werte an. Oh je. Ich glaube das sieht cool genug aus für ein Schiff. Hat hier immer noch irgendwie Mininglaser übrig, die er nicht braucht und vielleicht in die Allianz spenden würde. Werden da nicht zwei rum? Naja, die sind auf dem Q-Schiff explodiert. Hm, hm, hm. Aber weg, immer weg. Cool. Ja. Ja, wenn euer Schiffe draufgehen, dann gehen die Items mit drauf. Nur als Info. Die Startlaser wurden halt recycelt. Ich dachte, es wäre dann einfach nur, dass du es nicht wieder reparieren kannst. Samt-Items. Aber kannst du es nicht abbauen und dann zumindest eine Chance haben, die wieder rauszubekommen? Durch die Abwracken? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Frage. Braucht du immer so neue? Also das Wrack ist ja irgendwo im Startsektor. Theoretisch müsste das eine probieren. Aber am besten mit einem Abwracklaser, weil da hast du höhere Chancen. Haben wir Abwracklaser? Nein. Kann man im Strategie-Modus Befehle aneinanderreihen? Ja. Schiffe. Das gleiche auch auf der Galaxi-Karte. Oder eigentlich das Game-Behoben, dass KI-Schiffe nicht durch Wurmlöcher und sowas gehen wollen, sondern immer die einen Baumantrieb benutzen wollen? Ne, die benutzen auch die Dinger. Weil ich kann mich erinnern, dass ich, als ich am Anfang das Spiel rauskam, gespielt habe, extra ein Motto für insidieren musste. Weil die es bei mir aus Fortunen nicht machen wollten. Ne, jetzt machen die das. Also gestern, wenn der Weg zu weit war, haben sie das Tor benutzt. Also, das war halt, als das Spiel noch rauskam. Kann sein, dass es auch gepatcht wurde. Das wurde gepatcht. Aber die fliegen halt nicht wirklich durch, weil das ist so, wenn du zum Beispiel einen Captain mit einem Befehl wegschickst und fliegst in das System rein, wo der ist, dann siehst du, dass das Schiff einfach irgendwo rumsteht und dann sagt er dir dann sowas wie Hau ab, ich mache welche Dinge und dabei wird es einfach nur simuliert. Also, die machen tatsächlich Dinge. Ja, aber ich meine, dass zum Beispiel, wenn er durch das Tor fliegt, dass du dann Tropsten die Abgaben zahlen musst. Äh, ja, da zahlen die auch. Hallo, da ist doch kein Klotz. Noch nicht. Noch jetzt. Da fehlt die Heiflosse. Na, okay, es ist doch ein Klotz. Ein schöner Klotz. Naja, wenn du jetzt da einfach noch eine Heiflosse drauf machst, dann ist der Klotz sofort schöner. Also, wegen auf dem Server kommen, da kann dir Blackhain bestimmt helfen. Da habe ich schon eine Rolle gegeben. Und der ist auch hier im Waisersatz. Ach, da ist noch einer. Ah, ne, falsch. Mit auch ein Heiflossen, ey. Also, brauche ich, brauche mein Schiffen Kapitän, damit ich mit Schiff Befehle anreihen kann, oder? Nein, ja, solange du es selber steuerst, kannst du auch über die Kommando-Konsole wie Nix das anreihen. Ja, das schafft die doch nicht von selbst, wenn du da kein Käpt'n drin hast. Nein, wenn du an Bord sitzt. Warte mal, du siehst ja als Käpt'n. Der Spielerzeit als Käpt'n. Aber solange du nur an Bord bist. Und der macht dann nur die minimale Dinger, Autopilot, also Autopilot sagen nur. Genau. Aber kein Auto-Mining, aber kein Auto-Mining oder so. Ne, warum? Du kannst theoretisch hingehen, du kannst dein eigenes Schiff hier anklicken mit Mittelmaus, dann gehst du an Autopilot und sagst dann zum Beispiel Erzrefrönerieren. Oder wenn du dementsprechend, na gut, dann geht's hier, wir brauchst den Käpt'n. Ja, okay, nevermind, sind nur Basics. La, 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 ich hab nix gesagt. Weil mein Schiff und ich sehe auch gerade, die einfach nur die Ebene wechseln. Nix verstanden. Mach du als erstes. Man kann auch nicht Kettenbefehle geben, wenn du selbst der Pilot bist. Doch, kannst du. Ne, mach ich bei mir nicht. Also, wenn du ein Käpt'n in dein Schiff hast und du bist Pilot drin, kannst du sagen, er soll den Dinger meinen. Dann macht er das, wenn du mit drin sitzt. Kannst du leider nur die Basics, haben wir rausgefunden. Also, mal gucken. Er baut jetzt mal ab, mal gucken, ob er jetzt zum nächsten fliegt. Alles nur für Cut, Gua. Also, prof dein Schiff sieht tausendmal besser aus als meiner. Meines ist ein Torpedo. Meiner auch. Party-Torpedo. Warten, bis die Flotze dran kommt. Da fehlt noch die Flosse oben. Ich brauche bessere Bremsen. Trägheitsdämpfer installieren. Ja, ich brauche bessere Trägheitsdämpfer. Habe ich aufgegeben. Ach, passt schon. So. Trends. 1,57 Gigawatt erzeugen. Das geht ja noch. Das passt ja alles. Moment, nee, das waren ja die Geschütze. Wenn du Schütze mit Design haben willst, brauchst du Geschützplattformen erstmal. Ja, ja, weiß ich. Und die sind aus Titan, ne? Nee, die gibt es in allem Material. Die gibt es auch als Basis. Wir müssen nur gucken, wo die sind. Also, wo die waren. Ja. Die gepanzte Vision gibt es nur als Titan, Trinium und was andere. Das sind über zwei ziemlich weit schon ins neue Gebiet reingekommen, ne? Also, haben wir einfach keine mitgegebenen. Das hat mich wieder gemacht. Das muss man gucken, dann. Ja, Pog ist ein Vorgestoßen und. Dexter. Nein, Reparatur. Ah, hier gibt es keine Bergbauleute. Normale. Die werden auch mit der Zeit, äh, zivilisieren die sich. Hilfe, Hilfe, ach, ach. Der ist nur ein Kratzer, kann man ausbeulen. Ja, die KI mag das nicht, wenn du dir einen Stationen rammst. Alles gut. Lass einfach ein Kärtchen von Carglass da. Kann die ganze Allianz Minus, äh, oder nur der eine? Äh, die Allianz kriegt nur Minus, wenn du mit deinem Allianz-Schiff, äh, die KI rammst. Ah, okay. Okay, Gander gibt es hier auch nicht an der Station. Profit machen. Ja, ja, weil ich ein, ein Fracht. Also, vielleicht, weil ich handeln könnte. Schiffsmenü. Die Pirat wollen mich echt nicht zufrieden lassen, ey. Hau ihn. So, ist in dem Sektor hier irgendwo ein Käpt'n. Oh, mein Schiff heute steuert sich wie ein Panzer. Ups. Nicht nur Korrektordüsen eingebaut. Rotation der Hölle. Ist kein Gyroskop eingebaut? Ah, da war ja was. Jetzt, wo du darüber redest, weiß ich wieder, dass es das gibt. Wieder kein Gyros eingebaut. Hm. 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 Ich will eigentlich nur erstmal was haben, womit ich, äh, besser abbauen kann. Ah, Traktor Stahl. Uh, gut gebremst. Alles geplant. Und jetzt ist das Problem vom Kapitän. So, ich bin ja mal eine Stunde weg erstmal. Ja, das war jetzt alles der Kapitän. Ich hab' ein neues Schiff bauen jetzt. Und davon muss ich erst nochmal Titan finden. Dann kann man keinen Käpt'n anheuern. Wo hast du schon einen auf deinem Schiff? Ich hab' so, muss einen Käpt'n haben. Hatt's da. Der sagt mir, ich bin nicht angedockt. Ja, du musst an so einen Punkt rangehen, bis er steht, angedockt. In Klammern. Finde ich. Dann füge ich auch noch mal ein bisschen näher ran. Manchmal ist es ein bisschen dagegen, ich muss dich da ein bisschen umpositionieren. Da sind 610 Asteroiden. Hm. Hm. Ich kann einfach nicht, ich weiß gar nicht, warum ich Panzerung auf das Schiff gebaut hab. Das ist totaler Schwachsinn, wenn ich damit eh nur auf meinen gehe. Ich hab' ne Runde durch das Schiff schwer gemacht. Boah, du könntest dann mit einem Bonk überleben. Ja. Oi. Ich hab' dann auch ein Portal gefunden. Ah, schon wie der Piraten. Oh, das wird knapp. Da sind die Piraten rund, weil Pi-Raten. Die sind direkt neben mir gestohrt. Oh, das war knapp. Ach, jemand hat... ...einen Wurm-Lock gefunden. Mhm. Ist schon in die Mitte geflogen schon. Ja, zwei sogar. Ne, eine ist viel weiter. Oh, ein Ausrüstungs-Lock hat jemand gefunden. Ja, ich mach' mein Schiff mal ein bisschen leichter. Vielleicht kann ich mir endlich Abbau-Laser wieder besorgen. Ja, ja. Trafung muss sein. Und ich glaube, ich kann nicht genug Energie einspeichern für den Hypersprung. Mehr Solarpaneele. Was, Solarpaneele? Die bringen doch überhaupt nichts. Doch, doch, du musst doch ihnen die bringen gehalten. Und dann... Also, ein Notfall-Dinger. Das ist eine möglichst große Fläche, um effizient zu lösen. Ich baue mir das nicht. Hallo, Aurora. Hallo. Ganz, ganz dünn machen und ganz, ganz groß. Ich bin gerade auf der Suche nach Asteroiden. Äh... Ich hab' eben eins gefunden. Da waren aber Piraten, da hab ich gestorben. Zum Glück mit der Drohne. Ja, dann. Aber da, wo das... Äh... Eine Wohnloch hingeht, das gefällt mir. Ja. Welche meinst du? Die Fabriken gefallen. Direkt kommt mein Händler. Äh, naja, es muss ich 10 Millifarmen. Alle wissen, was sie tun, nur ich mach' hier nur Unsinn. Ja, stimmt nicht, gar nicht. Äh, ne, 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 ne. Ich mach' Angst, glaub' bist du nicht der Einzige. Wenn die Leute meinen, ja, einfach erst mal 10 Millifarmen, kein Problem. Wird schon. Der Millifarmen ist, äh, ne Edelmetallmine, locker. Ja, aber ich will keine Staub bauen, ich will lieber... ...handeln. Den Millifarmen geh' ich mithandeln, ich will mich schnell hin. Ja. Wie ich verbrechen, einfach Transporter umbringen oder Fabriken ohne Schilder und dann... Wer braucht schon Geld? Das Zeug wird verpackten. Geld ist das Wichtigste. Warum hast denn du den Asteroiden hier nicht geclaimt? Äh, an Jack. Wo denn? Äh, hier, wo ich grad bin, da warst du. War ich da? Ja. Ja gut, ich hab' mich nie umgeschaut. Bin reingesprungen und auf der Suche nach einem Ausrüstungs-Sorg, damit ich dieser kaufen kann. Ah, ah. Ja. Wir fetten sitzen. Gleich ist er beim Ausrüstungs-Sorg hat kein Geld. Asteroiden-Verkauf. Nice. Ciao. So, weil ich jetzt total dämlich war, werde ich noch mal was verändern. Sektor markieren, Sektor markieren. Nicht das, was ich suche. Spieler Lex hat die Galaxie verlassen. Ja, ich stopp noch neu, weil ich kann nirgends wo andocken. Rage quid? Ja, ich hab' die Server-Sachen im Moment offen, im Moment sieht eigentlich gut aus. Gleich hat's mit 30 Spielern in die 100% gepasst. Ich bin ja wieder ziemlich doof. 30 Spieler geht klar. Das weiß er gar nicht, aber gar nicht, wie der Server aufgebaut ist. Ja, aber das sollte jeder packen. Fast jeder. Ah! Piratus! Uuuuuhhhhhh! Aber hier ist ein Asteroiden, den ich claimen will, guck mal an. Äh, einfach schneller halten als die Kugel. Das schaffe ich nicht, ich bin mit der Drohne unterwegs. Weiche aus! Du bist klein! Äh, 14 Kilometer, komm! Bucht nö. Bucht nö. So schaffst du. Fassrolle! Äh, warum haben wir jetzt Käpt'n Klassen? Äh, ich bin tot. Äh, weil die spezielle Fähigkeiten haben, je nach Klasse. Okay, was macht denn bitte ein Plünderer? Der plündert. Der plündert. Steht doch dran, wenn du mit dem Käpt'n, also in der Übersicht reinkommst. Also, ja, machen wir das einfach. Ansonsten, wenn du auf Spiele-Informationen gehst, ganz rechts in Zyklopädie, da steht auch alles drin. Wo steht das nochmal? Äh, so. In, äh, leichter und einfacher und schneller, aber dafür, äh, richtig. Fühlt sich falsch an. Baut einfach einen Block. Hallo, nein, ich baue einen schönen Block. Wer sei der Block? Einen runden Block. Also meiner Schlügel. Keiner hat vor, einen hässlichen Block zu bauen. Nicht einfach diese Schiffe aus... Wir arbeiten mit einem Dedicated Server von Nitrado, ich müsste den Namen jetzt nicht dazu sagen. Aber ich mach's einfach mal. Solange das Blockartige Schiff wie ein Hai oder ein Ente aussieht, ist auch alles super. Geht, geht auch Pinguin? Äh, cool, ja. Brauchst du ein Asteroiden, Jack? Ähm, noch nicht. Okay, dann verkauf ich ihn. Was auch immer mich erfreut. Also ich hab nämlich auch keine Träger als Dämpfer gebaut und sowas und mein Schiff war halt wie ein Klotz. 50 Kilometer mit der Drohung. Waren wir einen Panzer? Auch. Medium oder Heavy? Status Maus, so in etwa. Ich hab bestimmt da gefunden, Nick. Das ist ein Kuh. War die, äh, Straßenlage wie einem aus. Oh, hier sind Drohnen. Mein Gott, krieg ich eigentlich... Jetzt sagen nicht, ich bekomm die Ressourcen nicht zurück, wenn ich Blöcke lösche. Doch, eigentlich schon. Doch, doch. Aber, äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaub, er ist auch, äh, Hard-Modus, Einstellung. Nee, ich krieg's nicht zurück. Ich steh jetzt nicht hier und hab ja keine Ressourcen. Wie viel brauchst du? So 2.000, 3.000 Eisen wären jetzt hilfreich. Ich schick dir. Oh, dass ich meinst, dass ich mich abschließen kann. Ich meine, wir sind zurück, wenn ich will uns sagen, wegmachen. Vielleicht war ich in der Nähe von links bist. Kannst du es auch aus der Allianz nehmen? Kann ich auch. Er baut was ab, wo das geht, an die Allianz sofort. Das kann natürlich sein. Jetzt hast du ein Handelsfenster halt mir aufgemacht. Ich weiß ja auch nicht, ob Handelsfenster... Einfach jetzt auf akzeptieren klicken, links. Hab ich. Danke. Bitte. Dann kann ich wenigstens das Schiff noch zu Ende bauen. Ihr könnt ja auch gerne über den Allianz-Tresor machen, das ist manchmal schneller. Zu spät! Noch nicht gut genug. Ja, die Allianz-Eisen-Vorrat wird mit einem Allianz-Schiff gerade gefüllt. Naja. Ich glaube, wir sind die einzigen, oder? Ja, 17.000 Eisen, Prüf, kannst du dich bedienen. Trotzdem zu spät. Kostet dich aber 21.654. Ach, ja. Auf dem Schwierigkeitsrad kannst du keine Piraten jagen. Echt schwierig. Es geht zum Bauen ein Symmetrie-Modus. Äh, ja, das ist auch korrekt. Wieso soll man denn keine Piraten jagen? Weil die zu schwer sind für alleine. Weil wenn du keine Flotte haben kannst. Nur ein Schiff. Ja, aber ein Schiff reicht. Ja. Äh, nein, da sind nur Schiffe für Mining. Also du kannst ja nur mit deinem Hauptschiff dann. Na grad da sind. Nachher, jetzt ist eine spätere Frage, aber nachher Träger, das wären ja wieder in Ordnung. Ja. Das ist ja der Hauptschiff dann. Da muss man aber aufpassen. Da freut sich der selber nicht besonders, wenn das jeder macht mit so vielen Staffeln. Ja, solange es dann nicht Pulsjäger-Träger sind, die komplett Bastards sind, ja. Und zur Info, bewaffnete KI-Schiffe, um die Mining-Schiffe zu verteidigen, ist er erlaubt. Hatsache. Ich weiß nicht. Nein. Nur die Mining-Schiffe, die muss dann die Waffen haben. Oder. Du kannst auch dein Mining-Schiff einfach Drohnen geben. Oder einfach in den Gebieten abbauen, wo halt Verbündete sind. Was am schlauesten wäre. Wird man den Mining-Schiffen Waffen geben für die Mission? Ja. Welche Mission? Backbau-Mission. Er muss nicht überfallen wird. Damit die Wahrscheinlichkeit sinkt. Achso, nee, Mission benutzt sich absolut gar nicht. Ich bin doch nicht so oft. Nee, die lohnt sich nicht. Ansichtssache. Kosten halt Zeit. Ja, viel zu viel Zeit. In der Zeit mache ich halt das zehnfache. Die Ausbeute ist halt zu wenig niedrig, wenn du die wegschickst. Ja, also wenn du die leveln möchtest. Also wenn du die richtige Ausstattest, ist das weiter, ist die Ausbeute ein ganz ordentlich. Ja. Ja, geht so nah. Manuell einfach sagen, hey, ich bin hier mit dem Sektor, baue das Arzt, solange ich hier drin bin, dann hast du trotzdem mehr von Zeit, als wenn du ihn vier Stunden irgendwo hinschickst. Ja. Vor allem hast du über Materialien. Ich glaube, ich denke, die haben Eigenschaften? Ja. 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 Ich sehe nämlich gerade einen drogensüchtigen Pechvogel. What the fuck? Gleich sympathisch. Perfekt geeignet, dass es kein Problem ist. Oh nein, spring nicht, spring nicht, nein, nein, nein. Oh. Einer von uns. Sektor Markieren. Der hat sicherlich angefangen, in Amphorion Schiffe zu bauen für den Workshop. Das führt nur in die Drogensucht. Ach Mensch, da ist ja Lassan. Hi. Servus. Hast du auch einen Glatz? Ja. Ich habe mir echt kein Lüge gegeben. Ein Klopf und Kult. Erstmal Erzefarben automatisch. Ich such gerade ein Mining-Dingens. Wie konnte dir überhaupt, wenn schon ein Kapitän da ist? Äh, spezialisiert. Kapitän kostet doppelt so viel. Ja. Egal. Ich habe nur Spezialisierte gefunden. Naja, der ist noch ohne. Ähm, Job. Der kostet halt weniger. Ich habe einen gefunden für 60.000. Und halt den Brechvogel für 50.000. Das ist wie für 50.000. Das ist noch günstig. Mhm. Und nicht vergessen, die wollen auch regelmäßig ihr Gehalte haben, ne? Ich habe das nächste vor dem Loch gefunden. Ja gut, Crew kostet auch immer cool. Ich glaube nicht auch die. Die Crew auch. Alle drei Stunden, oder? Du kannst froh sein, wenn du das zu essen kriegst. Ja, genau. Ja. Und wenn die rummeckern, gibt es halt keinen Poolstream mehr für die. Entlassen, an die nächste Station neu einstellen. Einfach aus der Luftschleuse rauswerfen. Was habe ich denn da umgemacht? Das ist wegen dem Spiegelmodus hier. Pass auf, ich muss die Schöne nicht, dass ein Schiff explodiert. Gibt es auch eine Einstellung dafür. Echt? Ja. Aber ich glaube, das ist die Standard drin. Von hat mich das... Ich zocke auf einen anderen Zauber noch. Dass er das nicht eingestellt hat. Man kann alles einstellen. Okay. Nächster Asteroid. Nächster Asteroid verkaufen. Viele können eigentlich von Allianz-Schiff zu Allianz-Spring-Schiff über die Galaxie-Karte durch wechseln. Ja, stimmt. Das ist so ein kleiner... ...mustiger Trick. Was machst du da überhaupt? Ich sehe nur das so... ...Getzelt von Piraten. Ehe aktuelles Gefühl. Warum will mir einer einen Handel vorschlagen? Also nicht. So oft Gamer. Vielleicht sollte man vorher mit mir reden, bevor man einen Handel vorschlagen will. So, der Talk. Also ist kein dubioses Angebot, sicher. Also da passiert auch nichts. Ich denke mal, es wird ein ganz schönes dubioses Angebot sein. Nur die Seele deines Erstgeborenen. Gegen Naturallium. Nur die Seele? Nur die Seele? Ja, sehr gut. Was passiert denn jetzt hier? Alles, nur das, was du nicht willst. Ja, es ist gerade stuck im Bildschirm. Alter Spielerspiel. Alter Spielerspiel. Ja. Killis. Ich hab den Erfolg freigeschaltet. Mach eine Fassrolle. In 900 Stunden. Mit einem anderen Spieler. Die schwersten Herausforderungen sind eigentlich die, die du im Korb machen musst, weil die erfordern Freunde. freuen die die auch was können um enthalten noch mal an war das hier der startsektor ok wir haben 132.000 credits alliance konto ja dinge passieren wo kommen die denn her wer hat sich da die daten zum server und so man hätte dafür einfach da sein müssen ja irgendwann hat gekauft für 70.000 möchte der talento mitspielen möchte talento mitspielen aberion möchte talento mit auf diesem server unter arborion spielen aber der kriegt seine eigene allianz kämpfen damit drohen und pvp es gab es vorher noch nie also und jetzt ein schmuggler versteht da weiß man ja wo wir demnächst die ware die wir von den feindlichen fraktionen beutern können gehen wir zum ausrüstungsdepot wir befreien die waren ja auf den bäuchen der feindlichen schiffe er sind keine zivilisten wenn man im krieg ist ah nicht jetzt mein captain kriege naja ich habe ja auch so gesehen eine pimmelbiene gebaut ohne die heilfischflosse sieht es aus wie ein dödel es sieht ganz komisch aus es ist einfach nur ein schiff sind richtig für eine stunde auf eine mission schick und der fien hat caress macht da würde mehr machen wenn ich ihn einfach so im sektor meinen lasse aber muss ich im sektor sein oder nein muss man automatisch gut geschrieben glaube ich muss die verteidigen was angerufen wird also ich meine nur in gebieten wo auch einfach vor ort sein also du musst nicht vor ort sein da ich meine kannst du auch einfach ein zweites schiff mit zum verteidigen vor ort haben ja ein vermisster freund das nehmen wir auch an muggler bekommen wenn du das wurde innerhalb von zwei wochen gibt zusammengeschustert hier alles also erweite nicht viel und ich mache mal und das noch dass das erst mal mache also erwarte nicht viel dann wollte hat den kopf dann fürs folgen michi story vanilla von deswegen habe ich auch einen vanilla gelassen ich will nicht direkt überfordert werden ja viele mods sind auch kacke gebe ich auch nicht und wer weiß wie der server wie stabil er läuft mit richtig dann gibt es mikro ruckler und so ein kram das muss man alles vorbereiten und so weit ist eigentlich schon wieder up to date weiß ich nicht und bei wendor du hast jetzt die rolle bekommen auf dem discord server ich bin ja eigentlich dahin geflogen damit ich eben das system da ausbauen kann da habe ich aber gedacht so hier gibt es gar keinen bergbau scanner wieder das war das erste was ich mir geholt habe sind scending ja aber ich habe ist keiner verfügbar ja ich weiß da ja auch alle aufgekauft richtig gibt halt keine mehr wurden alle gegessen das fieseste war ruhig zur station gekommen bin und genau in der sekunde der stopp sich wie verstand mobilt ausrüstung sender angeflogen völlig neue berg vorlese haben sollte der ist mir vor der nase weggesprungen das ist bitte ja er mochte dich nicht und mein schiff auch nicht ich suche doch nur ein kapitel ich will keinen für 100.000 die mission annehmen am schwarzen brett dass du einem freund hilfst einen alten freund helfen und dann bekommst du einen captain den ausrufen jetzt am ende als report ich weiß auch die mission muss ich auch packen was gerade sagen das ist ein ich problem ich habe ja die mission schon angenommen damit ich die später machen kann damit ich die level 3 erkriege einfach mal ein bergbaulässer aus nur für geheimversteck so ist das weiß was ich jetzt diesen kack schmuggler verringertes risiko für hinterhalte das ist generell sogar immer besser als ein händler findet geschützt für uns subsysteme schmuggler ist eigentlich immer geil weil du einfach alles transportieren darfst mit der anderen lizenz für die fahrt richtig dafür gibt es den händler kapitän der hat die lizenzen automatisch aber nicht für gefahrgut und uranium wenn der streichstern kapitän ist dann schon oh also sind sie feiner teuer die sind gleich teuer schmuggler und dinges so mein freund springen wir von ihr weg deine allianz benötigt mehr geld äh was heißt ja sind die bei dir gespawnden oder bei mir oh wir sind schon tot 1800 wir sind in der station gespawnden und wurden instant gewornt ok gut erstmal abfragen gehen das ist eine fragmese ne stimmt vergessen na lo misst du schockern na theoretisch könnt ihr das für teile benutzen gell für waffensystem oder so wenn die droppen und nicht für die ressourcen so jetzt muss ich nochmal 150 auf jeden fall genug energie hier jetzt produzieren allianz zurückschicken ja also im heimatsektor gibt es drei captain einen bergbau und zwei normenbordis aha ich weiß gar nicht was der heimatsektor war am anfang ist mit äh häuschen ist er mit den kleinen häuschen markiert das ist ein schönes sprungloch das gefällt mir das sagt er mit den kleinen häuschen mit in äh unten mitte ich glaube dass das hier schon naja das ist echt gut ja ich komme auch mal rein und den sektor kannst du einmal wechseln mit äh mit der drohne kriegt man das titanbauwesen jetzt sofort am anfang ja 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 also wenn ihr in einem allianz schiff titaner baut müsst ihr in eure drohne steigen und die das titan auch nochmal mit der drohne abbauen damit ihr das zu wissen bekommt das ist halt doof aber so ist es halt so ansonsten kriegt nur die allianz das bauwissen nein die allianz bekommt das bauwissen nicht das ist irgendwie noch immer so hm weil es äh verschenkt wird ich glaube du kannst titanbauwissen aus nem container finden oder kaufen beim schmuggler 14 millionen äh ich hab das kostenlos bekommen kurz nachdem ich titan abgebaut hab letzter preis 10 millionen was letztes kann man auch schauen eigentlich ist das schiff auch hier wieder einfach zu teuer komm ich hab wieder einfach ein scheiß schiff gebaut aber was solls mecker dafür ist nie wohl ja ich hab was soll ich sagen der ist schöner ist alles die flosse schuld wir können auch mitmachen solange die plätze frei sind auf dem server richtig solange wir keine 30 leute erreichen ist alles in ordnung wir haben noch wir ein bisschen nachzügler kapazität waren das nicht 32? ja 32 und äh wenn wir noch mehr als 32 sind sind eh nicht alle gleichzeitig online theoretisch wird der admin des servers eh nicht gezählt er hat einen slot frei es sind zwei admins auf dem server das ding ist ja insane also du musst nur auf dem discord server in den weiterbereich gehen dann sehe ich dich und dann gebe ich die rolle kannst du alles sehen an informationen die du brauchst 6,1 krass 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 als begrüßungsnachricht die regel vorgesetzt mit dem passwort die zeit ist nicht lang genug gewesen mit dir gerade normal springen ja aber manchmal zu reconnecten du musst den server das hat ist unser fehler wird nicht schreiben so wie der server ist du kannst aber dr proof einer suchen der prf ist ein nitrales server ich schreibe man kann natürlich auch den server dann als favorit markieren richtig weil das wird ja dann langfristig hilfreich sein einzig weil ich übrigens sehe ist dass das server cpu gut ausgelastet ist aber arbeitsspeicher ist noch ist nicht mal halb voll bis jetzt verwendet die festplatte würde das problem sein wenn dann irgendwann die großen schiff angefangen werden zu bauen ach was meinst du wofür findest bei nitrado dedicated server um die selbst zu hosten oder was meinst du du kannst bei nitrado einfach spiele suchen machen und da avarion eingeben und dann siehst du in aber also dann siehst du wie viel es kosten würde ein paar slots also beziehungsweise zu machen du kannst sie komplett frei skalieren und je nach slots die machen sowas wie ein slot kostet ich glaube ein euro irgendwas bei avarion und dementsprechend mit der server preis berechnet wie könig henry wird angegriffen kann ja auch nicht sagen wie gut das läuft letztendlich weil wir jetzt zum ersten mal mit nitrado ne ich glaube dass ich weiß was du jetzt meinst du meinst ist mit dedicated server ein physikalischen einzelnen server der irgendwo steht aber muss ich dir sagen das macht keiner mehr das nur die aus hobby machen nur noch die hobby leute außer irgendwelche komischen meine abschlussarbeit in it war war wir tolles virtuelle server strukturen und eigentlich macht das kaum sind der die kälte zu betreiben in manchen fällen natürlich macht das wir haben das immer für keine exaktion gemacht und vor allem geht es ja eigentlich der die kate server schon irgendwie gehostet das server irgendwo ich habe drei titanen austrid abgeworfen kann sein dass 100.000 zu klein das liegt an in deinem persönlichen postfach und nicht in der allianz das baut gerade nano need up sehe ich das bin ich ja das q baut nano need up und ich bin eisen am abbruch ich meine auch mein persönliches konto ich bin hier mit meiner drohne unterwegs und da baut echt jemand da will echt jemand schilder haben nein ich will einfach nur cool und grün aussehen wird euch auch ein server geben könnte wenn du kommst zu spät wie gesagt ist innerhalb von zwei wochen mal zusammengeschustert also ich habe früher auch ein dedicated server noch gehabt ich hätte auch jemand aus belgien fragen die hätten ja auch einen stellen ich hätte auch hier zu hause in raspberry pi dedicated server machen könnte über eine heimleitung ja aber dafür ich hätte erstmal wieder auspacken müssen und dann einrichten und alles und ich habe gesagt das ist alles blackcan sein zeug hier ich mache da nix ja danke also bitte gar nix armer ich meine richtige cracks haben noch so eine kleine usv zu hause stehen neben ihren server und ihnen neben die im tower und dann passiert ich glaube ich habe auch so ein bisschen server delay ich auch es gibt ein paar raspberry pi server die avorian betreiben kann ich gerade nicht sagen wie groß die wären ich finde interessant dass du ganz zeit im baumenü bis und 90 bremse hast und 30 geschwindigkeit und das ist wegen meinen trägheitsdämpfern ich habe da zu groß gebaut ich glaube es hängt nur nach wegen dem baumenü leute aus dem baumenü raus gehen wenn ich rumfliege wir sehen mal mein captain fliege gerade rum wenn ich mich betrinke so wie sich das gehört auf dem schiff ich bin einmal mit dem boot gefahren mit dem kollegen da war keiner nüchtern ist das nicht so wenn du einen bootsführerschein hast es muss nur einer an bord nüchtern sein das ist korrekt das wurde mir auch so gesagt damals und das war der hund wenn es knall schreiber wollen oft habe ich dann möchte ich sehen kann geht auch richtig du könntest auch in den wartebereich event gehen ich muss nur wissen wer da ist dass ich den zu teilen kann ich kann ja schon trainieren auch wenn du benötigt die ip vor wenn du glück hast habe ich die sogar noch gespeichert gerade nur ich kurz aus dem spiel raus irgendjemand habe ich die vorhin auch geschickt ja mir mit megan hast du es geschickt weil die teilweise ja von japan her mitspielt und er hat natürlich keine europäischen dns also ich kann ich könnte theoretischen weiteren meiner bauen da gebe ich dir gerade auch recht aber kein geld die im wartebereich sind die habe ich ja euch ich habe auch jetzt rollen gegeben ihr braucht ihr könnt ihr zweiter und das können dann ist alles zu sehen sein man ist das nicht das einfach oben bei channel zu wo gehen und dort die server sichtbar dann suche aus zu reden verkauft die das habe ich noch nie gemacht ich weiß nicht wie das im spiel geht du brauchst aber große austrieren das wahrscheinlich schon mal ein asteroiden gesehen der deutlich deutlich größer ist dass alle anderen rundherum und so aussieht als wir aus ganz vielen verschiedenen zusammengesetzt das ist einer auf den du ran fliegen musst auf 0,2 kilometer und dann kannst du ihn einnehmen dann wissen sie zu ihnen mit n warum bei deinen eigenen nein weil er raus sticht das ist einfach riesig ja mit n siehst du das instant wenn du raus oder du kaufst dir einen scanner und erhebt die dv und sagte sogar wenn einer im sektor ist aber nicht der weiße ihr was denn jetzt das wenn du dir so ein modul kaufst und sie so immer so orange beziehungsweise gelbe auf blinken ja das richtig das scanner modul zeigt ja auf eine gewisse reichweite so masse ja richtig und da musst du es gibt bereits gerne einmal die masse anzeigt eine die ausrieden anzeigt und einer der so schätze anzeigt also so weltvolle dinger ein aufdecken der radar verstärker zeigt massen an ja den wunderschönen deck als gerade zeigt dann oben wo das geschwindigkeit hd die ms anzeigt dann so ein symbol das da vielleicht was wertvolles für den meine ich dem der hebt die die vor die sauf wir haben die schon so übergeben das mit dem master dingen reicht schon und dann drückt aber ich würde da vorher mit der drohne ein fliegen anstatt mit einem schiff hier müsste na ja doch warum zeigt er mir den keine signaturen an also die masse kann ja wrack stationen wrack container piraten oder irgendwas andere sinnlose sind umlauch besondere sachen die sektik kann auftauchen wollen direkt das cool aber guck mal die erste rift station wie schön und übrigens das mit dem fall was da oben gesagt wurde keine ahnung hier ist ein teleporter und was bedeutet das das ist der rift dlc ding schön ist der forschungszentrum aber rift ist optional guten abend rosten habe ich noch nie gemacht bin ich tatsächlich in meinen ich habe es gemacht lustigerweise nicht so schwer wie ich dachte okay auch auf wahnsinn also ne da habe ich nicht probiert weil du durch die masse extrem limitiert bist finde ich also ja auch wenn du den teleporter da überlassen kannst und kostet auch eine menge glaube ich ja und dann kannst du dich nicht in im rift reparieren das heißt du bist dann halb kaputt und stirbst einfach eine strahlung oder ja ich habe mal mit einem fetten chef hier ein sprung der war zu 70 prozent auseinandergerissen die höhle integriert war super aber ich habe kein ich habe nicht vorne ist hallo ich bin nicht doof man sollte sich ohne waffen aber wir im rift reinspringen einfach das war von bergbaulaser reicht ja was gut ist in der dingens bergbausystem also du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du verursachtest du kriegst anion bergbausysteme ja sie bringen ja alles nichts ich hätte lieber an er laser war dann glaube ich ein bisschen zu haute doch es gibt einen abbrack aber das ist kein abbau und er meinen jäger da guck ich auch gerade direkt drauf wollen wir leute niemals den satz ich bin noch nicht doof das problem ist wir haben das bauwissen ja eh nicht das boomloch hat uns etwas zu weit nach vorne gebracht merke ich gerade so ein bisschen meins bist du der mann kuschelt ja wir beide sind da oben macht ihr koop wir gucken uns gegenseitig an ich habe noch so ein schiff gebaut das andere ist das zweite kuh schon das erste hatte einen tragischen unfällen interessant einfach jetzt eine route ein bisschen weiter in die mir hat es mir weh getan dass die gute solar panel das abbekommen das problem ist ich habe jetzt das kann ich sie kaufen ich habe auf meinem anderen schiff jetzt das mit denen es ist aber komisch weil ich habe also das definitiv der richtige scanner aber ich kriege keine signale rein weil sollte auch aus dem server raus und wieder eingehen du bist in der mitte der fraktion du musst nach außen wo das etwas heller wird das gebiet was du siehst schwarz umrandet das noch nicht blaulich okay du bist halt im core center da hast du nicht so viele massensignaturen bis gar keine ich habe schon astroidenfeld mit piraten gefunden immer diese piraten jetzt habe ich mal ein paar signale und du siehst ja auch zum beispiel wo das etwas vollere türkise ist und das nicht so starke dunklere ja ja ich habe schon verstanden da wo es ein bisschen wir machen ja auch noob guide hier da kann man dann eher was finden wo haben wir dann alle 9 und noch nicht geschafft wir haben genau nie im trinium gebiete war schon das beste material hier vor und sich barriere und wir könnten jetzt auch direkt schon nach sani und die barriere nicht überwinden das muss der puff als erstes machen wir haben ja die hat fakt ja gar nicht mehr dafür da muss erst mal auf den spur kommen freue ich mich auf die exodus schnitzeljagd mit prüf wie lange ist das habe ich schon zwei dingen ich glaube die lange prüft dafür brotter der lustige punkt ich weiß nicht ist ist der code immer dasselbe oder erinnert er sich bei jedem ist immer random schade weil ich würde sagen können ich wüsste noch den code ich meine ich man könnte jetzt sagen dass es das wäre aber ein spoiler das will ich nicht nein das auch nicht man könnte es gibt ja nicht nur eine lokation von exodus ich weiß ja klar ist überall ist halt auf multiplayer server ausgelegt das spiel natürlich gibt es einfach so ja aber dein single player ist auch auch ein multiplayer ja okay also im kristig ist kein single player alles das single player ich mache überhaupt nichts mit geld er kauft sich merchandise mit katzenohren das ist der punkt passwort und zugangsdaten sind unter event regel richtig unter den event regeln guten abend pananen auf topic habe ich einen link gepostet wer die passende rolle hat müsse ihn darüber finden oder ist das nicht mittig ja guck mal hier ist das erste trinium ständchen das man abbauen könnte wenn man den richtigen turm hätte wenn ich nicht dass man das jetzt in der löser installieren kann also mann wissend ja du kannst immer nur in der ressource zu drüber abbauen das heißt mit titan nun auch nicht in der allianz kasse müsste jetzt ein bisschen mehr geld sein ein astrid wurde der allianz gespendet wieder das ist ja sehr nett von dir wir müssen ja den haifische finanzieren ich mein imperator ihn finanzieren ich habe keine aus der allianz kasse überhaupt was nehmen könnte du drückst p und dann klickst du auf das allianz symbol wo das lager ist von allianz da das dritte denn die männchen allianz safe genau und dann kannst du auszahlen und ein zahlen als gleich alles raus ich würde nie alles nehmen wir noch mehr nico erst mal 100.000 gezaukt hallo das ist nicht alles ich muss mir insolvenz beantragen bei rtl ich brauche man muss richtigen gesamtnächstigen blutigen lesen nur circa die hälfte ich habe noch den ganz gefunden ich gehe da mal durch ich habe nur mal eben kurz und worum noch betreten also wenn du um protektion gegen oben löcher mein loch ist mein loch ist auch so protected seine wohnkur genommen battle royale wird vielleicht ganz am ende sein aber nicht heute ganz am ende bedeutet kann ein paar tage dauern ganze woche ganz am ende erst mal müssen dann alle über die barriere kommen sich dann technologisch und schiff mäßig anpassen waffen mäßig ausstatten und dann wird sich langsam irgendwann ernährt mal gucken wo mich das wurmloch hin bringt bestimmt ganz nach oben ich habe ganz weit am rand ich hatte mal ein wormloch gehabt der zweite mehr richtung mitte und hat mich an andere ende der galaxie gebraucht das wird jetzt auch bei mir passieren das spiel uns eigentlich näher an die galaxie mitte zu kommen und ist doch in sieben jahre ich finde ich einfach ich vermute man der generierung wurden womöglich auf 1 gesetzt oder sowas krass also wirklich das habe ich noch nie so gesehen standard eigentlich ich bin jetzt hier schön bist du auf der anderen seite genau gespielt wir hatten gefunden die heißen einfach die ikea piraten ich habe schon immer gewusst alles gauder die wollen die gleichen wollen wir den stich an drehen ja oder so ein regal oder sowas wir haben welche dreck am anfang ist es denn überteuertes 200 euro egal mit einem red aber nur wenn du das support kaufst sonst ist es teurer nur als danke fürs folgen irgendjemand hat sich das bau ist noch nicht eingesteckt alles hat das gar nicht hat jetzt gefunden weil so schnell kann man es auch nicht ist kann man es auch nicht holen was dann ja das ist auch eine aufgabe um den bau wissen zu bekommen dass du zehntausend oder so in an meter hast und dann ein ressourcenepot abgibt um das zu bekommen ja aber das ist erz oh erz du brauchst halt genug und ich glaube das waren 30.000 eine gruppe fremdartiger schiffe ist erschienen und sie wollen mich umbringen denke ich solange du nicht deine laser benutzt wobei du hast die laser benutze ich jetzt greifen die dich gleich an passt schon autopilot autopilot do your job jetzt gleich boom ja wir sind noch weit weg nein ich werde beschossen oh oh die wollen die gier der erste tot noch nicht ich bin den träger warum wir meinen sprungdrahten so lange berechnet du bist so link link long so ich habe auch na dinge zu bekommen ok ich könnte sagen aber jetzt würde ich halber sprung machen aber jetzt habe ich wirklich energie für den sprung recycelt doch klug hp ja der ist wohl stabil glück gebaut ich bin noch ein träger du hältst echt gut was aus ja der chef ist echt massiv du kannst es glaube ich jetzt schon springen oder oder die schießen nur mit pdr kanonen auf ihn sind mini guns glaube ich jetzt jetzt machen die mehr schaden ja der wurde vorher noch von pdr punktverteidigung die energie ist fast auf null mit parkras hat er das geschafft er wurde von der punktverteidigung er vorher beschossen immerhin meine punktverteidigung schießt weiter als meine hauptgeschütze ja das ist mal design fehler wieso die müssen frühzeitig abfangen ist mir zugegeben ja ich freue mich schon auf torpedos ansonsten also wenn deine hauptgeschütze weiter schießen als der punktverteidigung da brauchst du ja auch keine punktverteidigung ich setze ja nicht auf solar ist halt einfach damit zu tun da ich kein nicht genug akku habe dieser sektor ist ein fraktionskrieg das ist echt gut wäre echt eine schande wenn jemand die überreste der fraktion die stirbt einsammelt sehr genau optimal also besser geht es nicht das ist auch jetzt seit dem neuesten update drin dass die fraktion untereinander sich stärker bekriegen es gab es vorher aber die haben halt rumgepackt ja das hatte ich so richtig funktioniert das ist nur so ein bisschen überfall aber keinen richtigen krieg gewesen ich glaube schon finde ich die station die hat noch 1k hülle was sie kaputt äh hättest du marine trupps kämpfen können sie sind entern hättest du billige station kostet weniger und den ganzen sektor und gegen mich und die fraktion wahrscheinlich es ist nur nebenwirkung ach da geht es um zu form ich habe ein richtig fettes frack gefunden mit bisschen geld ist sie fraktions zufrieden oh mein gott äh ich brauche einen abfrag gläser ja ich glaube übrigens dass die shannon anzeige hier links nicht mehr so richtig funktioniert ja wer mir gerade auf war die seite über die ich das gemacht habe hat gerade einen fehler ich habe mich gerade gewundert dass man nicht sehen kann wer redet hm müssen wir einfach gucken dann blende ich das erstmal aus Alex hat probleme gibt es denn nicht auch diese andere interaktion direkt von discord wo du einfach nur siehst wer gerade redet und ich ist richtig dann müsste das aber auch mein streaming pc auf dem discord sein das habe ich umgestellt damit man euch besser hören kann ah keine ahnung hier auch so gut weil sonst hatte ich immer so ein bisschen äh kratzen die leute müssen nicht sehen wer da spricht ja deshalb machen wir es erstmal weg man vier ne 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 piraten geht man weg mit euren topfelos bitte hups hat eigentlich irgendwer mal diese gravitationskanonen benutzt ja bringen die was ich habe irgendwie einen sinn dahinter verstanden ja was willst du meinen mal hypothetisch du hast eine kanone die groß genug ist dass du einen stein nehmen kannst du den mit dreieinhalb tausend beschleunigt und dann irgendwo gegen zappern lässt dann ist es lustig wenn du zum beispiel jemand damit am kopf triffst dafür habe ich meine juggernaut der das macht und das überlebt und nur ein bisschen lackschaden hat naja gravitationswaffen sind halt so die auf pfe-servern pvp-servern die trollwaffen um leute in einem neutralen sektor wo du kein pvp offiziell machen kannst trotzdem irgendwie ärgern indem du den astroiden gegen kopf wirfst wenn du mitten in so einem astroidenfeld drin bist da kommen piraten um die ecke du schießt einfach denen das ding ins gesicht und die knall gegen jeden astroiden das ist ping pong ja leider bekommen die npc nicht so viel scheren durch kollisionen nicht leider nicht so viel wie du darum ist ja viel lustiger gegen spieler zu benutzen ja das wird das ende des events beschieben wir uns alle nur noch mit den gravitationskanonen durch die gegend so wie sein muss ja mal gucken was wir am ende machen wie sehr ich ausrasten werde wie wäre es mit fußball machen ein blog in die mitte schießen mit der gravitationskanonen ins tor die fliegen direkt da die station ist kaputt endlich weiß was schon frachtraum ja unerfällig dran gekriegt ich brauche immer noch ein abfakt dingen dann habe ich auch so viel ressourcen ich habe richtig krasses vark gefunden da muss die komponenten zu der waffenfabrik bringen damit die waffen da bauen darfst wundervoll darum dass du auch sektoren mit waffenfabriken von der ki die nicht mir die kubel sind sind damit du die dann als ressource benutzen kannst also nichts verbrechen ist ein antennes gameplay element von diesem spiel benutze ich fast gar nicht nicht die gebauten waffen sind nachher wo teilweise ja gegen ende es ist eine so eine waffenfabrik auf 001 hast aufbauen 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 das haben die gefixt das geht nicht mehr war nein du kannst sie nicht mehr im gleichen sektor nur um zwei klicks verschieben und dann neue sie rotieren jetzt musst du die halt vom system zum system bringen um 01 halt ein größeres schiff als transport esel benutzen habe ich schon vorher gemacht damit ich einfach die hochwertigere beträger bekommen ja und die guten waffen bau stationen behältst du einfach da und dann hast du drei oder vier waffen stationen wie du halt verschiedene waffen bauen kannst auf einer zum beispiel bergbau waffen auf der anderen raketenwerfer mit zielsuchenden gedöns also ich habe gemacht ich habe meine station in die mitte gebracht durchgesiedelt die ich gebraucht habe habe ich mehr gemacht und daraus baupläne gemacht für meine eigene inventar und dann die stadt irgendwie mitgenommen das geht natürlich auch ach ich will eigentlich nur guten ort haben für abbauen und dass da zwei stunden rumgammeln eigentlich bin ich eingehabt mit dem biotop station am besten da ab vor mindestens 2000 aus theorien sind ja dann mache ich alles richtig weil das bis jetzt noch nicht der fall war ich habe einen guten meinen kann es gefunden wird verteidigt wird sogar und hat 2000 also knapp 2000 austrin da ist ein blimp der springt von alleine weiter ich habe die krege von die tut ja noch du hast du hast du an bord das heißt die will nichts von dir und rote wird berechnet wenn ein kapitän spring wird da mh 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 Achso, ah jetzt verstehe ich wie das geht. Alles klar. Moment. Ich weiß auch, warum es nicht mehr funktioniert hat, weil ich Discord auf den Streaming-PC zugemacht habe, aber der braucht eine Verbindung zum aktuell Laufen im Discord. Da ist es aber so doof, das einem zu sagen. Junge, berechne doch die Route. Es wird berechnet. Bitte warten. Es ist halt... Wenn möglich, bitte gucken. Überlasse. Ich bin auch gerade gestorben, weil die Route ewig berechnet hat. Es ist 100 Metern beim Rechenachs, Asteroid links abbiegen. Irgendwann sind wir in der Sprechmottie und hinterfragen Sie nicht, warum Sie gerade in Rhein abbiegen. Bitte sprechen Sie in die Sprechmuschel. Ah, muchas gracias. Oh, magisch wie Miesmuschel, was soll man tun? Gar nichts. Fangen Sie einfach nochmal. Ich bin jetzt schon müde. Ich bin jetzt schon müde. Markieren. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh. Jetzt sagt er, naja, klappt trotzdem nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Na ja. Warte. 9% Referiesteuer, was haben die denn bitte für ein Problem? Die spinnt doch. Weil die mögen dich halt nicht. Merke ich auch gerade. Ich habe gerade ein Minus beziehungspunkt von der Fraktion, die Klugen. Ja. Irgendwer hat die Station gerührt, ich weiß nicht mehr. Was passiert? Was ist eigentlich der NPC mit Ankersymbol? Trotzdem, ich wäre jetzt gerade, ne? Ja, also es kommt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Derjenige, der gerade das Herz raffineriert hat. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich wirst du direkt schwer. Ach so, das ist ein feindlicher Beat, aha. Wir sind da zu dritt, ich sehe schon. Ich habe euch in diesem armen, kriegsgeplagten Sektor aus und deren Wracks. Ist noch warm bei der Station, ne? Ich habe hier nur minimal berührt, also verstehe ich das Problem von der Station gar nicht. Minimal ist auch fatal. Ich war nicht mal ein Lakshan. Habt ihr Abfrag Gläser? Habt ihr Abfrag Gläser? Ja. Nein, ich benutze einfach mit Schenkern, das geht auch. Nein, mein Schiff. Oh, es wird wieder gefeiert. Schön. Ich meine, oh wie schrecklich. Hust, Hust, Hust. Dieser Horror. Dieser schlimme Krieg. Denk doch mal an die Zivilisten und die ganzen Ressourcen, die verschwindet werden, die so ein Blut vergießen. Ich brauche ein Abfrag Gläser. Denk doch mal an die Käten da. Ach, für die Kinder ist das okay. Ich habe mit den Kindern gesprochen. Die haben gesagt, passt schon. Classic Laser. Da bin ich da. Wann wer sonst soll die kleinen, fragilen Teile zusammensetzen? Nur Kinder können sowas machen, dass wir automatisieren und Roboter einsetzen würden dafür. Da ist ein Mann, der in Kapitalismus lebt. Oh, jetzt gleich kommt sogar noch ein Zotans. Was? Zwei Meter hohe Balken? Für eine Mine? Hallo? Wenn ich ein Meter nehmen kann und dafür Achtjährige, ist doch viel besser. Alte. Ja. Jedes Unternehmen, das Elektroautos baut, begrüßt die CD. Ah ne, seltene Erde wird anders abgebaut. Ja gut, die gehen ohne irgendwelches Werkzeug in einfachen Löcher rein. Stimmt auch wieder. Guten Abend, Linkkorb. Abhauen hier. Ob man hier auf den Edelmetallminen auch Kinderarbeit unterstützen kann, nicht mal fördern? Nur als Aktionär. Willst du Kinderarbeit fördern? Immer. Dann haben wir in der Zukunft und ohne Arbeit und lungern nicht einfach auf der Straße rum. Und damit die eigene Spielzeuge kaufen können, ohne dass die Eltern meinen sagen. Ach, ständig muss ich das erste Schiff bauen. Oh nein, Piraten greifen in den Sektoren, oh nein. Ist doch schlimm. Wird immer voller hier. Oh nein, Piraten. Oh nein, bitte nicht. Ob es da liegt, dass wir jetzt hier in das Rittum wandern? Ich mache den Browser mal aus, ihr müsst euch die Stimme einfach merken. Oder jeder muss seinen Namen erstmal sagen, wovor er spricht. Ist er ein Pirat-Ruterschiff? Tag. Bist du einsam und allein, mitten im Nirgendwo gestrandet, ruf uns an, wir schleppen dich ab. Vielleicht. Aber nur wenn du keine Abfallgläse dabei hast. Ey, ich brauche einen. Du meinst ein R-Type. Dein Schiff Kugel zerstört. Man könnte behaupten. Wahrscheinlich kommt gleich wieder die Spende nach Meininger. Nein. Es war alles geplant. Es war ein PR-Trick. Cool. Bist du gegen Asteroiden geflogen? Nein, ich bin gegen einen Piraten-Bolter geflogen. Mit meinem Gesicht voraus. Aua. Sekolge, danke, dass du dich um die Piraten gekümmert hast. Siehst du, wir haben sogar Kohlen bekommen dafür. Es hat sich dann doch gelohnt. Ja, habe ich gerade gesehen. Wir sind machen so, Piraten machen so und voll. Chef, Chef, hab malheur. Ey, hier gibt es auch keinen Bergbau. Nee, aufbereiten. Was will ich denn mit Bergbau? Ich wollte eigentlich an dem Piraten vorbeifliegen, anschießen, damit er bevor er stirbt noch Rap gibt, aber es ist irgendwie... Ja, boah. Hat er meinen gesagt? Ja, ich glaube, ich habe gesagt Nein. Problem ist, jetzt bist du wieder ganz un? Nein, nein. Ich bin noch im gleichen Sektor. Echt? Ich bin noch in meine Drohne ausgestiegen. Aha. Clever. Clever. Ein kluges Jack. Mit K-U-H-K oder so. Boah, ich dachte, die Drohne wäre ein bisschen schneller. Aber die ist ja echt träge. Drei Meter pro Sekunde sind wie viel Kilometer, Kammer? Vier. Äh, mehr. Drei Meter. Tausend. Nein, du musst 300 Meter pro Sekunde mal 3,6 rechnen, das ist so ungefähr 1.000. Und als nächstes noch langsam? Für den Weltraum, ja. Für den Relation, ja. Du musst den Triebwerksbooster einbauen und dann ein Schiff bauen, das einfach nur beschleunigt tut. Bis du Mops Geschwindigkeit erreicht. Und dann auf den anderen Streeten 4. Das gehört dazu, dass die Bremse ist. Oder auf den Boss-Zielen. Oder auf den Boss-Zielen. Mal gucken, wer überlebt. Definitiv der Boss. Hängt ab, welcher Boss du erwischt. Aha. Putz dich sauber. Interesting. Warum? Interesting. Ich brauche nur meinen zweiten Miner. Der Investierende hier. Ich brauche einen Abwrack. Ja, ja, ja. Ich brauche einen Bergbaulaser, wenn man nicht schafft. Oder? Die Frage ist, welches Material. Ich habe Abfucker, ich glaube, Nanit. Hat wir bekommen. No need ist ein bisschen schwierig. Abfucker ist Nanit. Nee, kann auch jeder. Nee, kann ich, nee, kann, glaube ich, keiner benutzen. Sonst habe ich nur, ähm, Air-Abbauer, äh, Titan. Ich werde auch Gläser. Ja. Alles Katastrophe. Cut. Dann behalte ich sie erstmal. Ja, behält. Nein, das geht bald. Wobei ich, wo ist man ein schönes, äh, Brack endlich. Bremsschub ist zu gering. Alles klar. Ich brauche ein Platin-Abwrack. Ich habe eine Oberklasse geschafft, wenn man eine Schriftweite kaputt geht. Gehen, dann ist das nächste schon das, äh, Q4, Q5 von einem... Ich bin nicht klar. Oh no. Q7 ist ein schönes Auto. Ja, wenn man Geld hat. Du fliegst zur falschen Station. Lass da hin. Ich habe noch einen Sender gefunden. Ich habe bald alle. Wo ist denn hier die nächste Schiffs wirft? Tja. Und nun mal. Warte, du bist da? Ich weiß gar nichts. Die ist beim Riss. Einer ist hier. Ach so, da bin ich, ja. Ich meine, das ist praktisch. Man muss einfach nur in die Map eingeben und dann... ...zuschiffswerfen, die Ball. Ja, ich bin ja da unten. Ich warte halt, dass da... ...der Shop aktualisiert wird. Ja, in der Lasse ist leider kein Refresh-Button. Hat jemand einen Bergbaulaser, den er nicht braucht? Mein Schiff wurde eventuell von Piraten geschwört. Ich habe zwei. Aber sind noch Eisen. Ja, das reicht vollkommen aus. Ich hatte nur Eisen vorher. Ich denke, einige Leute werden auch einfach gegrillt haben. Die bitte? Ja, wegen perfektes Grillwetter. Angebot, dann kann ich dir... Ich weiß. Äh, das Menschen draußen? Voll. Ach mal so schön. Hör mal die Grillen. Ich schließe abwracker, aber... ...ein Airabwracker, den kann ich nicht gebrauchen. Bist du der off-gamer? Ja. Ich will mal gucken, sonst guckt mich schon böse an. Ja. Ich sollte dir eine geschickt haben. Ja. Ich krieg auf Schmerzen, fuck. An ihm. Okay. Ja. So, eben kurz dahin. Dann haben wir schon mal den Kapitän. Kann man nicht Kapitäne auf Reserve einkaufen? Ja, man. What? Ja. Wo geh ich da hin? Wenn du auf I drückst, Crew, und dann unten Passagiere. Möchtest du was dafür, oder nicht? What? Dein Leben. Hey, der kostet 70.000. Möööö Mööööö. Bitte sehr. Moin. Äh, kaufe die den Proof, oder? Ja. Warum? Das hätte ich ihn gekauft. Er war schon gleich. Ich sage ihn, ja. Entschuldigung. Der wird Captain meines zweiten Minerschiffs. Ich dachte, ich bin alleine. Ich schreibe mich mit einem neuen Stadion. Uppi, duppi, duppi. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Demont 2 Millionen? Ne, ich hab nur ne Melo. Schade. Ich hab mein Handgeschäft noch nicht. Dein Handgeschäft? Ich hab das legendär gerade verkaufen können. Ne, lohnt sich nicht. Du meinst die Air-Laser bringen mehr, muss es halt im Nachgang raffinieren. Ja, richtig. Ist das normal, dass ich nicht auf meine Schiffdesign zugreifen kann? Taivendo, wir haben gesagt, keine Workshop-Schiffe. Nur Schiffe, die auf diesem Server gebaut wurden. Außer für die KI-Mining-Schiffe. Da kannst du, ja Moment, da kannst du ein gekauftes nehmen einfach. Ja. Wir haben nur gesagt, wenn du das eh hier gebaut hast, dann kannst du natürlich das auch weiter nutzen. So wie meine Mining-Schiffe halt auch alle gleich aussehen. Ich weiß nicht, warum du darauf nicht zugreifen kannst. Teilbindung. Ist es gar nicht aus. Eigentlich ist es nicht aus. Du weißt doch gar nicht, wie ich Server-Annie eingestellt habe. Essen wir mal. Nö, ich kann alle bauen, die ich auch habe. Ah, Laben. Ist das? Der gerade übrigens den Captain nicht kaufen konnte. Im Sektor, wo ich jetzt im Norden bin, gibt es auch einen Captain ohne Klasse. Ich habe schon ein. Danke. By the way, ich glaube, das ist der, den ich gerade meinte. Du hast gerade dieses Menü aufgemacht. Das habe ich noch nie benutzt. Wer ist Menü? Ja, das, was du gerade da offen hattest. Was, die Sektor-Menü? Sektor-Menü, ja. Das habe ich noch nie benutzt. Da kannst du gesehen, wo welche Crew angeheuert werden kann auch. Ja. Was? Was? Oh mein Gott, ich habe 1000 Stunden und bin einfach nur am Arsch. Das ist das, hallo, das ist im Tutorial drin. Ja, ich hatte das nicht gespielt, keine Ahnung. Was nicht der Dero aller Folge erreicht hat? Irgendein Jack hatte doch alles. Das bin ich, ja. Der andere. Ja, der andere. Ja, der andere Jack. Ach, viel zu viele Jacks hier. Das war ja eigentlich, oder? Das war ja eigentlich, oder? Wir sehen, welche Missionen hier angeboten werden von der einzelnen Stationen. Wie hast du das Menü denn geöffnet? Das ist einfach offen. Mit einem. Ach so. Du kannst auch sehen, was die Station verkaufen. Bin ich lost, Alter. Ich habe da nicht drauf gehört. Macht nicht, sind erst zwei Stunden. Man lernt nie aus. Aber ich dachte, der andere Jack hatte auch alle Erfolge, oder nicht? Nee, nee, nee. Und auch so um die 1000 Stunden. Ja, 1000 Stunden habe ich. Nach diesem Event haben wir alle 1000 Stunden. Das passiert halt schnell, wenn du viel brauchst. Aber fasst nur auf. So, Marv. Von Servern. Ich habe keine Ahnung, was für einen Rang du redest, der dir entfernt werden sein sollte. Wer hat meinen Rang auf Discord entfernt? Wer hat meine Rang auf Discord entfernt? Marv kommt wahrscheinlich gerade wieder vom Burger King. McDonalds. Kultiviert. Also, ich habe das nicht gemacht, weil ich heute die ganze Zeit noch was zu tun hatte. Und dann habe ich hier nämlich einen Rang erstellt. Und wenn du den alten Event-Player-Rang vielleicht meinst, der vielleicht noch aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen einzelne Leute hier hatte, ich habe den alten Event-Player-Rang dicht gemacht. NR von der Arbeit. Was ist das denn für eine Antwort? Kannst du auch mal einen Satz schreiben, den Leute verstehen? Er verschreibt sich einfach so. Ja, wieso ist der überhaupt schon da? Der muss doch bis 23 Uhr arbeiten. Weil wisst ihr sowas? Was hat das gesagt? Protokoll von allen Leuten. Ja. Der meint wahrscheinlich, nee, von der Arbeit. Der ist auf der Arbeit wahrscheinlich gerade. Schreibt von der Arbeit aus. Der ist bei einem Volz-Ständer drin. Der ist bei einem Volz-Ständer drin. Der ist bei einem Volz-Ständer drin. Der hat doch mit den anderen geredet. Nein! Der ist immer noch da drin. Oh, Mann! König Henry der Fünfte wurde getötet. Dann lebe König Henry der Sechste. Hoch lebe der neue König. Deswegen fliege ich den Wurstblinker. Nummer? Hat der denn auch TÜV? Äh, vielleicht. Hat nichts mehr zu tun, durfte ich nach Hause gehen. Ja, siehst du, Deutschland schafft sich ab, wenn Marv schon nichts mehr auf der Arbeit zu tun hat. Und keiner musste das Lager aufräumen? Glaube ich nicht. Steht ein Q3 hier so rum. Nee, dafür ist Marv unterqualifiziert. Ach, du bist gerade ein Schiff anbauen, sehe ich. Ah. Ja. Ich muss das Q3 ausbauen. Sieht man. Also. Ich kann kurz weg was zu trinken holen. Wir haben echt wenig Titanen, aber warum? Das ist mal in Polen, Feiertag. Es Marv, du kommst nicht aus Polen. Du wohnst auch nicht in Polen. Oh, Kurwa, Titanen weg. Ah, vielleicht sollte ich mal mein anderes Schiff weiter abbauen lassen. Die Firma wohnt in Polen. In der Firma wohnt? Ach. Ich wusste nicht, aber auch gar nicht. Hört ihr einfach nicht zu. Das ist einfach nur kaputt. Nein. Mein Aneurysma hat zugeschlagen, ich kann das gar nicht verstehen. Äh, ne, das... Aneurysma. Aber, äh, die Alberschreie sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist so eine geklazade aus. Das ist so eine geklazade aus. Ein Typ hat das bekommen. So ein deutscher Fitness-Youtuber. Ein anerysma, das ist auch nichts Schönes. Ja, der ist gestorben. Ja. Wenn das nicht schnell genug festgestellt wird, dementsprechend wo es ist... Der hat das im Gehirn. Ja, das ist schon schlecht. Das ist sehr schlecht. Ein Aneurysma ist immer im Gehirn. Ne, du kannst das auch... Das ist ja eine, ähm... Ein Gefäßriss eigentlich, den kannst du auch woanders haben. Kann zum Beispiel auch eine Lunge, kannst du auch ein Aneurysma haben. Ich meine, genau genommen ist das eine Gefäßerweiterung, die zum Riss aufbreitet. Oder? Weil das hatte ich in der Hand. Das hattest du in der Hand? Ja. Das Aneurysma, oder... Achso, ich dachte, du hast das in der Hand gehabt. Gehalten. Ich guck mal, was ich von meinem Herzen mitgebracht habe. Mein Aneurysma. What the fuck. Scheiß, ich bin zu weit gesprungen. Hier wollte ich gar nicht hin. Sagen sowas ähnliches die Mitarbeiter bei Lidl. Keiner. Will er einfach. Tschüss Marv, hab noch einen schönen Abend. Im Chat. Was? Was? Ich muss nicht hören. Das gibt nicht wie ein Fisch auf dem Ort. So wie ein Ressourcen. Dann gab's hier ein... Ressourcen-Depot. Ich versuch' gerade zu dir zu kommen, aber das dauert. Piraten kommen, by the way. Aufpassen. Ja. Weil es ist das Q3, 4. Die kämpfen gerade gegen Sotans und so. Ja gut. Hallo Xelina. Was gar nicht mal bad ist, dann kann ich die Sachen sammeln, die ich verliere. Ich könnte einen neuen Discord-Account machen und einen Bot erstellen und mit dem in den Channel reingehen und dann könnte ich anzeigen, wer hier spricht. Ah, Moment, ne, ich kann es ja mit dem normalen, weil er jetzt... Ach, ich weiß auch nicht. Da muss ich aus dem Spielnamen rausgehen und rein. Okay. Ich bin konstruiert. Ah, das hört sich so anstrengend an. Oh, hier wird ein Frachter kaputt gemacht. Schön. Ich hab auch nicht, ich hab da... Ich hab auch nicht, ich hab da was Schönes dabei. Am 20.7. geht die Diablo 4 Session 1 los. Ist doch voll gut. Passt genau in meinen Zeitplan. Nein, nein, nein nicht. Da hab ich, äh, so vier Tage Zeit, Jagged Alliance 3 durchzuspielen. Ich kann es doch schon spielen. Also ich hab schon Zugriff auf den Release-Kandidat. Gib mir einen Abfrag. Und ich hab gar keine Zeit, das zu spielen, das ist das Schlimmste. Das sind normal, wenn ihr alle heute irgendwann mal schlafen geht, dann hab ich vielleicht Zeit, da mal rein zu gucken. Äh, wird glaub ich nicht passieren. Beuys, wir schlafen nicht. Was ist schlafen? Ich hab schon geschlafen. Ich hab drei Stunden... Ich hab zwei Tage geschlafen, das langt. Ich hab schon mal geschlafen. Ja, war nicht so mein Ding. Das war ein Schlimmsteil voll gestaltet. Man nimmt mal viel zu viel Zeit beim Schlafen. Ja, da kann man nicht Arborion spielen. Richtig. Da hat's einer erfasst. Ach, Arborion FTC läuft einfach den ganzen Tag. Ja, Stromrechnung ist halt so ne Sache. Scheiße. Ach, so schlimm war's gar nicht. Meine Stromrechnung war okay. Das geht noch. Einfach beim Nachbarnzapf. Das war eine gute Idee. Eine Niere halbe Leber. Ging. Ja, äh, wenn Lernstiffe meinen die Nacht durch, dann muss nur eine Online sein. Warte. Wenn die Allianzschiffe meinen sind, dann muss nur eine Online sein. Schlimm, im M.O. Ich hab gehört, da hat sich jemand gerade freiwillig gemeldet. Der Anime Mogul schienat. Das Ding ist nur 5, nee, 4 Gebiete werden... Ja, da kannst du aber einstellen im Server, wie viele Server Prozess generiert werden, also live. Ja. 3, glaube ich, sind standardmäßig angestellt. Ich dachte, 4. Kann auch sein. Wird der jemand schon müde? Gibt mir einer vielleicht so 2.000 Titanen, weil ich einfach lieb bin. Das ist doch 900. 900 ist zu wenig für mein Schiff. Ich kann dir 3.000 geben. Guck mal, Ehrenmann. Unbekannte Stimme, hast du gut gemacht. Klar, immer doch. Da aufbaut er sich auf und ist nur die unbekannte Stimme Nummer 1. Schön. Hat jemand ein Abfraggläser? Hat jemand ein bisschen Kleingeld? Unser Schiff soll schöner werden, genau. Noch eine Minute, dann resetet sich der Schiff. Ah, jetzt kann man wieder sehen. Ich will nur gucken, wo ich die Taste wieder habe für Overlayer. So, bam, bam, bam. Weil ich immer vergesse, was das Hot... Der Hotkey, das Hotkey für... Das Hotkey. Overlayer einblenden. Ja, die, das. Ich spende mal diesen Standard-Doppellaser, weil ich nicht möchte. Das ist echt dein Herz, ey. Das ist halt Müll da rein. Aber weißt du was? Hier, habt ihr noch ein Classic Laser? Aber der wurde genommen. Sofort. Oh. Oh, ist kalt, Alter. Walsches Ding genommen hier. Jetzt habe ich wieder alles ausgeblendet. An die Minenschiffbetreiber, habt ihr auch euren Sicherheitshelm in gelb auf für die BG? Stimmt. Die Imperiale Flotte schätzt die Sicherheit und, äh... Das geht nicht so gut. Die besteht doch noch aus zwei Schiffen. Das wissen sie doch nicht. Wir haben auch einen riesigen Pool vor dem Hauptsitz des Imperiums, wo auch immer er ist. Bei Beschwerden oder Verbesserungsvorschläge, bitte an die Imperiale sich, äh, flieh. Die Imperiale Flotte trägt immer lila. Ich eskortiere dich jetzt. Oh, mein Block ist zu nahe an der Wand. Ich muss einen Antrieb drauf schrauben. Ja, wird direkt... ...geraged gleich. Aber ich finde es gut, dass wir noch alle im ersten Geschwassers sind. Na ne, ich war schon mal unten, aber da war nix los. So, Design anwenden. Weil musst du rechtstieg Design anwenden machen, Taiwendo. Bist du überhaupt nicht hier im Channel drin? Spielt der wieder, während der arbeitet? Man findet Eisen am Start. Wenn doch was übriges ist. Du musst nur mal gucken. Aber ich habe gesehen, dass im Heimatgebiet ein Miner... Also, er kann gerade nicht reden. Äh, das Kuh ist wieder da. Du kannst... Eigentlich ist... Also, es ist ja so, dass Ressourcen inzwischen respawnen. Aber dafür muss ein Miner da auch sein, der auch die Secret-Asteriden... Wie siehst du denn aus jetzt? Ablaut. Besser als ich. Ich musste gerade wirklich schnell weg, weil die Katze, die kann Wasserhähne aufmachen... ...und hat das gerade im Badezimmer fröhlich gemacht. Was? Sie will ja, dass du baden gehst. Nein, baden ist einmal ein Jahr. Baden? Ich mag nicht baden, ey, ey. Hat gereicht. Ich war vorletzte Woche das letzte Mal. Aber wenn du... Todtok, die Allianz bei. Ist so schlecht zittert, gar nicht aus. Nicht so schön aus, ja. Äh, wenn... Äh... Äh... Bist du fahrbar in meinem Grenz? Das gelb steht für Gefahr. Das war so lila. Äh, ein schönes, provokantes Violett. Guck mal mal jetzt an. So. Mmh, schön. Ich mag es. Nicht Waffenfabrik. Das hat einen gewissen Charme, sagte er und malte alles rosa an. Das ist eine schöne... So, was gibt es denn jetzt hier? Durch mein vorzeitiges Ableben muss ich mir jetzt, äh, wieder... ...Dinge meinen. Kein Abwrack. Natürlich nicht. Oh nein. Mir ist aufgefallen, was ich vergessen habe einzubauen. Ja, ich geh mir kurz 145.000 von der Adi. Nee, ist gut. Also nicht gesagt, 150.000? Ja, ich... Sei froh, dass ich nicht der Schatzmeister bin. Wie bitte? Sei froh, dass ich nicht der Schatzmeister bin. Da gibt es nur hohe Rente Steuern. Äh, Zinsen. Toll? Zinsen, sorry. Na, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen rumgelegt. Ich auch. Ich weiß mir, was Zinsen sind, den kann ich sie auch nicht geben. Keine Ahnung, wie man, keine Ahnung, wie man Allianz beitritt. Man drückt P, drückt auf Allianzen oder irgendwie so. Genau. Und dann tritt man da der Allianz bei. Kann ich dir jetzt nicht zeigen, weil ich ja schon in der Allianz drin bin. Äh, im Kleingedruckten steht nur, dass wir dann erstgeborenes bekommen und das Blut deiner Feinde... Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. Das Erstgeborene existiert auch schon. Ah. Nachrichten. Das ist auch ein Glück. Äh. Es gibt nur Abwracken, Nanoid. Nanoid. Ich hatte ein bisschen falsches Gebiet unterwegs. Ja, nee, aber das sollte auch Titan geben. Das Ding ist... Wollt ihr die Turn-R-Bow-Laser? Äh, nee, ich brauche einen Titan-Abwracken. Danach kann ich eine halbe Stunde auf KG. Kannst du auch zu einer Waffenfabrik gehen? Ja, in deinem Basteln. Ja, für den Fünfer haben wir einen Preis. Wenn du willst, ich habe einen R-Aufbacker gefunden. Hm, Frachtraum, ich weiß ja nicht. Äh, ja, ist okay. Wäre nett. Ah, erst mal aus Versehen ein Boss. Hm, danke, Quacki, für deine Stufe 1. Ich bin auch gerade in Swarx reingerast. Oua. Wann macht er denn hier neu? In vier Minuten. Nee, hier in vierzehn. Ich bin für heute raus. Wann wollt ihr denn das nächste Mal spielen? Äh, der Server wird gern online sein, wann wir dann an der Profite streamt, das ist was anderes. Also ihr könnt die jederzeit reingehen und ein bisschen... Okay. Falls ich morgen Abend nicht schmelze, äh, könnte das passieren, dass ich da bin. Ich muss es aber mit, äh, Frau abklären. Ja, das mit dem Server ist klar. Okay, dann wünsche ich noch viel Spaß. Tschüss. Danke dir, tschüss. Tschüss. Also ich muss morgen Küche aufbauen und, ähm, mir eine Wassermelone kaufe. Und dann in der Küche zerschleudern, weil das Kunst ist. Wollte ich nicht was jemanden Abwaggläser haben? Ja, ich habe im Chat geschrieben. Damit du weißt, wer ich bin. Äh, kacke. Ich habe mich verdächtigt nach einem neuen Video von mir. Ich habe mir S gedrückt. Äh, gedrückt. Ah, okay. Okay. Äh. Hallo, Leander. Wollte, die ist einfach nix. Ganz einfach knicken, ey. Nur Scheiße bieten die an. Ah, die wird besser mit der Zeit. Dann bieten die keine Scheiße, sondern nur noch Müll. Und zwischendurch was Gutes, wo du zu spät kommst, wo du halt die Dreck dann neu ausgelegt hast. Wie lege ich da einfach rein? Mach das am besten, lieber was, Allianz-Menü. Dann nehme ich das erst. Okay. Okay. Pupp, 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 pupp. Diplomative wären's. Moment. Gibt es hier einen sinnvollen Käpt'n? Nö. Das ist drin. Danke. Wir hatten das Titanen-Ding gerade gemopst. Das ist immer da, wenn wir heute ausgehen. Niemand. Da baut man gerade die Bodenplatte aus Titanen-Wirgends anbauen. Zack, ist es weg. Ich weine. Ich dachte, das braucht keiner. Es hat nur 84.000 gekostet. Oh nein, Piraten, bleib mich an. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich versuche nochmal, den Overlay einzustellen. Ah, das ist die Taste, die ich gesucht habe. Ich bin zu jung, um zu sterben. Wow. Aha. Was ist denn das? Teleporter-Fa- Wunderschön, ich habe Krieg gefunden. Nein. Die Kaisers und Unnützes. Guten Abend, Kello. Ja, wir haben noch Platz. Das sind im Moment nur 18 Spiele auf dem Server. Naja, 19. Ich bringe mich dazu, dass ich den Server ein bisschen upgrade. Ach, die wechseln sich eh alle ab. Wenn es noch mehr Spieler werden, müssen wir die Schadensdinger weiter hochschrauben. Wir sind gar nicht 16 Spiele, wir sind einfach alles Altra-Egos. Ja. Wer hat das gesagt? Niemand. Keiner, der Jack heißt. Ich bin schon explodiert, das öfteren. Nein, 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 nicht noch mal. Nein, wenn du in der Allianz-Tressor sind 19.000 Eisen. Zum Glück habe ich gerade eben noch aus Franek, meine Laser abgebaut. Warte mal, habe ich keine Crew angeheuert bei meinen... Fühl nicht hin, ne? Oh. Danke, Lederstiefel für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Und dieses Passwort? Das steht im Regel-Channel. Okay. Aber die ganzen Regeln sind schön. Anna, durchlesen bitte. Danke, Captain, später Einsicht. Okay, eigentlich habe ich es richtig geraten, nur falsch eingegeben. Aha, hat jemand geraten? Ja, ich weiß ja, was ProProof normalerweise benutzt. Das sind zu viele Tipps, das verändern wir jetzt. Und geändert. Ich habe gar keine Ahnung vom Spiel. Ich habe es mir gekauft, als ich gesehen habe, das Proof-Me-Event mal. Ist doch gut. Im Rätigen-Zeitpunkt. Hast du die Regeln wenigstens gelesen und sie verinnerlicht? Ich habe sie gelesen, verinnerlicht, da wollen wir nochmal drüber reden. Was ist Regel 4? Äh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Kein Elrod, äh, ich kann nicht. Kein Elrod, äh, ich kann nicht. Kein Elrod beschwören. Elrod, Jünger. Materialien, verbaute Schilde, Generatoren, Antriebe, etc. Außer Sprungbetrieb benutzen. Was bedeutet das? Also ich bin noch nicht drin genug, also was bedeutet das? Nein, Arbori-Material ist das letzte Material, was du bekommst. Achso, und das sollen wir ja nicht benutzen. Richtig. Gibt es hier irgendwo noch eine Ausrüstungs- Nee, nicht in der Nähe, ja. Gelor, ich habe dir jetzt eine Allianz-Anladung geschickt, einmal annehmen. Dann wirst du jedes Mal mit den Giants genervt mit den Regeln. Cool, äh. Warte mal, einfach muss ich mir ja irgendwas gekauft haben, oder so. Was ist denn hier los, Krieg? Nee, Exotan. Warum er es sich nutzen soll, weil es zu stark wird wahrscheinlich. Wieso, Quatsch. Er ist ein Fehler begriffen worden. So viele Unterschiede macht das jetzt auch nicht. Quatsch. Oh, Quatsch. Also Q4. Quatsch. Quatsch. Q3. Q3 ist kaputt. Ich habe's hier. Der hat in highest. Death countkar. das schiff und jetzt ist es wieder drüsten worden man kelten händen die regel habe ich gemacht damit ist einfach schwieriger wird weil wir so viele leute sind damit wenn ich einfach so ein boss zu überrennen den wahrens auch mit dem go nie ja 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 jetzt noch möglich das material macht keinen unterschied also nicht viel solange du halt die waffen du drückst und dann ich weiß nicht wo ich hinschieben soll denn sich stört ihr mich überall also ich das war jetzt auch meine hirngespinsten nur gewesen mit der verbot ich weiß nicht ob es wirklich funktioniert ich habe nur gehofft dass durch das mehrere leute sterben das wird doch so passieren das wird so passieren sobald die ersten lupedos auf uns fliegen und darauf habe ich muss einfach nur point schütze bauen ein schiff was nur mit diesen teilen geschossen hat mit der richtigen punkt verteidigung geht alles mit g passiert nichts und wenn du genügend schild hast kannst du mir sogar ein boss töten braucht jemand noch eher abbau leser ich würde auch eher abbau nehmen aber ist mir egal alle meine schiffe haben frachtraum meine meiner also ein boss habe ich mit bloßen rahmen auseinander genommen wobei die haben zu wenig frachtraum ist egal ja da musst du schon echt viel jahre mindestens 3000 das manche fahrt ist einfach viel für weniger haben wir einen frachtraum ja das lohnt sich nicht ne großen frachtraum lohnt sich mir immer das muss ja zu oft zum ding ins da habe ich keine zeit warum fliegt er jetzt nicht weiter das gerade wieder nach ganz oben also ich sehe gerade nur wie unser nito von tatan erschlagen ist nicht tot ist nicht toll immer weniger jetzt nabend boomer ganz schlimmes ganz schlimmer name tut mir leid jetzt glaube ich ganz nah dran an cdu gaming mich nicht hassen jetzt melde dich jetzt wegen mobbing ja ich wurde auch als boomer beleidigt letztens also so ist das ja nicht ja da deswegen kann man das beantworten wie nein darum geht es ja jetzt nicht ich würde boomer nicht ich würde boomer als immer noch sehen sagen wir mal du hast deinen namen gewählt weil du gedacht hast okay ich komme aus den boomer jahren aus dem boomer jahrgang und dann sagen denken alle du wolltest dich halt selbst beleidigen mit dem nick aus dem boomer jahrgang ja ist ja genau das wo ich ja sage ist doch immer noch so dann bin ich bestimmt auch schon boomer wie sind alle boomer wenn du mindestens 30 bis zum videospiel spielst bis zum boomer was glück gehabt da habe ich ja noch acht jahre zeit da habe ich noch ein jahr zeit ich noch sieb äh drei manche fehler angerufen na ich glaube boomer hat das direkt böse genommen jetzt hat er eine wende gegen dich direkt geliebt in zehn jahren siehst du ihn wieder ja wenn du ich komme gleich zu dir ich bin jetzt bei dir steckt gleich von der tue und zersticht die die reifen von seinem roller äh bau dann bitte eine neue batterie ein weil mein auto ist im moment kaputt ich brauche eine neue batterie so ein city rolle in welchem sektor bist du gerade am anfanggebiet ja aber ich sehe gerade dass hier einfach drei mining schiffe sind ja da wird er schwer finden mhm äh talwendo so immer auf die galaxie karte und ich würde einfach ehrlich sagen dass wir alle unsere mining schiffe aus den ersten stadt wieder rausholen ihr seid nur hilfsboomer ich bin original baby boomer ja mein vater ist auch ein original baby boomer im sommer normal so gehen sie im winter gut das stimmt überhaupt nicht weil ich habe schon ich lag vor ich glaube eineinhalb wochen mit dem auto schon mal einfach so mitten in der stadt bin ich stehen geblieben und dann kam der äh ich habe mich vom adrc dann also habe adrc angerufen und der adrc hat gesagt im sommer kriegen batterien auch ein hau weg wenn es zu heiß ist kann das schon mal passieren aber meine batterie scheint wohl generell ein problem zu haben jetzt nach zehn jahren oder wie lange die schon drin ist muss ich eine neue holen aber welchen modell ach ist ein äh kleiner fiesta fort das wird nicht so teuer wahrscheinlich um die 100 euro für die neue batterie vorort also ich meine da ist auch weniger ich habe sie ich habe sie noch nicht bestellt nimm noch ein akku ja die kann ich mein zweites schiff einfach mal aliexpress bestellen ja das sind doch diese batterien machst du auf da sind lauter akkus drin und tecne schrauben gewichte ich würde gern ein meiner schub sehen nun ein sektor zu patrouillieren wie kann ich schafft man das irgendwie aus der galaxie karte heraus oder kann ich jetzt nur sagen mache ich hier diesen sektor abbauen äh du kannst aus der galaxie karte du hast dann eine batterie die ist dann einfach mit drei kilo sand gefüllt und mit so einem akkuladepad für ein handy sand ist zu teuer das wären dann so komische aliexpress sand ist zu viel einfach karton das waren schrauben das geht los durch galaxie karte nicht nur du kannst ein versicherungsfile triggern äh geh auf die galaxie karte wähl dein schiff aus ganz rechts sind die befehle äh die auf den sektor dann bezogen sind oder gebiet oder du gehst in den sektor rein wo der schiff ist und gibt es ihnen per kommunikationsbefehl so geht aber aus der galaxie karte weiß ich dass es nicht mehr geht also sektor patrouillier geht hier noch nicht sektor mining ne da macht er hier komplette 50 x 50 gebiete das geht nicht mehr aber du kannst dich einfach ins gebiet also in dein schiff teleportieren lassen dann die drohne nehmen mit f draufgehen und dann das befehlen so geht aber aber okay danke für den aber ich habe schon gesagt nochmal an die leute die am heimatgebiet meinen äh schiebt man da oder die da abstart stockbatterie an plus an lernen in der werkstatt 500 du meinst wahrscheinlich plus zur werkstatt abschleppen also bei mir hat er sein power batterie pack dran gemacht dann ist der wagen sofort angesprungen autos die man nicht an lernen muss oder ich bin nicht aus den 70ern ich bin nur aus den 80ern bei meinem alten 3 habe ich das probiert er war 2006 am baujahr da hatte ich auch vor die batterie zu wechseln weil der vorbesitzer auf den reinen sechszylinder meinte eine 60er batterie zu verbauen die bei minus null grad ist die leer dann hat die nicht gut kraft also baumarkt einfach eine hude hat er gekauft eingebaut und dann festgestellt dass die vanos und alle motorkontrollleuchten geleuchtet haben weil das ding in notlauf gegangen ist weil die batterie musste auch angelernt werden ach so ich weiß ich wusste nicht was anlernen ist weiß ich jetzt auch nicht habe ich noch nie gehört die begrifflichkeit im zusammenhang von batterie habe ich es auch noch nie gehört naja es gibt autos da darfst du halt den kompletten strom nicht abklemmen die müssen halt beziehungsweise als ich dann online geguckt habe was für workarounds es gibt dabei steht da drin batterie abklemmen anschließend wieder weil die kriegt nicht mehr die richtige nennleistung ich bin schwer zu weit gespräche zu doof für spielen sorry ich denke mal denselben in den falschen sektor dieselben zwei falschen sektoren ja es ist vor allem schon das zweite mal derselbe sprung der ist einfach jemand zu sehr abgelenkt interessant kofi mit ching und lustig 24 könnt ihr eure meinen schiffe auch woanders schicken damit neue leute chance haben was abzumeinen ja du bist auch hier du bist auch hier ich habe mein schiff weg befohlen ich bin hier gerade als drohner rum weil ich hier gerade sachen am verkaufen bin aber ich sehe den fehler ein warum mein q3 das vielleicht schönste schiff was ich gebaut habe kaputt gegangen ist weil die xaton schwere fregatte irgendwie 6500 omikron hatte ok ok krass komisch bei mir sind mal die santan auch mal aufgetaucht die hat nur 600 omikron gehabt und das war auch eine schwere fregatte warte mal ich muss mal kurz zu meinem schiff weil da steht ich wurde schwer getroffen die schwere fregatte hat mit einem schuss mehr damage gemacht das zehnfache von meinem rumpf vielleicht lag das daran dass ich dann vaporisiert bin man munkelt man könnte daran liegen warum drohne weil ich drei bergbauschiffe gebaut habe die jetzt beauftragt habe ein bisschen abzubauen jetzt suche ich mir vernünftige sachen und dann baue ich ein monster bergbauschiff also ein riesigen hai was vernünftiges ein heil in einem entenkostüm das ist doch viel aufregender warum bin ich denn jetzt im leeren sektor weil jetzt siehst du auch mal dass ich vernünftig ein bisschen ressourcen bekomme dadurch dass die drei bergbauschiffe oben sind und habe auch einen guten spot gefunden mit über 3000 asturiden eine kleine gruppe ein schiffes aufgetaucht und ein wir wollen nur kuscheln wenn natürlich das doof im sektor irgendwas angreift weil ich habe doch ich glaube nur einer meiner bergbauschiffe hat eine waffe weiß was lustig ist greifen hier nicht an was wenn du ist ein schiff auf space invader geklaut oder was sieht so komisch aus wer greift wo nicht an meine schiffe würden sich nicht verteidigen nein wir werden sich nicht verteidigen du musst ein submodul eininstallieren der die geschütze automatisch steuert und dann würde sie sich verteidigen wenn du dir auf automatisch gesetzt hast und entsprechende befehle gegen ihm hast habe ich alles gemacht oder wenn du punktverteidigungsgeschützer gebaut hast die sind automatisch so eingestellt aber die machen nicht viel schaden Die machen nicht viel Schaden, richtig. Die sind nur Punkt-Verteidigung. Die sind für andere Sachen gedacht. Aber haben die höchste Reichweite von allen gefühlt. Ja, macht ja auch Sinn, damit die Heidra-Keten aus großer Distanz abschießen können. Torpedos. Ja, irgendwann hast du aber Waffen, die mehr Reichweite haben als deine Point Defense, die nur 8k haben. Raketen fangen die nicht ab. Dafür gibt es Schilde. Ich bin ja ums zu träumen. Ich will kein Schiff bauen, an der Stelle. Oder will ich das doch? Oh mein Gott. Wir sind ja gar keine Containern im Sektor. Das ist halt echt doof. Hauptsache, du guckst ja jetzt herum. Ja, natürlich. Ich meine, was das Schiff macht, ist viel lustiger. Ja, ich habe ihn einfach angeklickt, dass er irgendwas macht. Nee, nee, ich habe die ganze Zeit befohlen, dass er mich eskortiert. Ach so, ja. Ja, weil ich in der N war. Das ist egal. Das ist ja nicht. Hat keiner gesehen. Das ist so treumäßig. Ich glaube, er hat ein eigenes Leben. Da muss ich hin. Ich muss meinem Schiff jetzt hier erstmal Leute geben, damit das nicht gleich explodiert. Selang ist es immer recht sparsam. Ein Ingenieur und oder zwei Ungelernte und dann funktioniert es schon. Ja, meine Höhe ist schon noch 31 Prozent. Du bist Autopilot. Gibt es was? Ja, du kannst N drücken, dann kommst du auf so eine Map und dann kannst du rechtsklick auf die Station zum Beispiel machen. Dann fliegt er zur Station. Was ist jetzt los? Aber auch nur mit dem Kapitän, das war mehrere, oder? Wenn du selbst drin bist, auf der Chef, oben rechts, die zweite Leiste, da ist ein Roboter. Ach so, der Autopilot. Was ist hier los? Hör auf. Die Schiffe verkaufen nicht einständig, Ressourcen werden automatisch in dein Inventar gebracht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die jetzt mit Air-Type Laser abbauen. Dann werden die irgendwann vorher nicht mehr abbauen können. Dann bringen wir es aber nicht automatisch in die Raffinerie, ne? Nein, nein. Ich muss denen extra das sagen. Das ist die Galaxiebefelder praktisch, da machen die es automatisch. Die was? Dauert ja nur 4,5 Jahre dann. Eigentlich jede halbe Stunde machen, die kannst du eingeben, dass die Lieferung abgeben. Stimmt. Ja, 20k. Oder mehr. Da springen wir. Das belastet den Server vielleicht nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob es den Server belastet hat oder nicht, weil die gehen ja nicht raus. Die sind immer noch im Galaxie unterwegs. Ich glaube schon, dass das einfach auf Basis, wo die gerade sind, basiert. Also, dass sie nicht wirklich sich bewegen, sondern dass der Auftrag, sag ich mal, berechnet wird. Doch, die bewegen sich. Die bewegen sich. Ja, die haben die das auch gemacht. Sonst soll doch mit dir mitsfliegen, die ganze Welt. Naja, die machen, die fliegen tatsächlich, zwölf ganz normal. Hm. Durch die neuen Aufträge wird das nur simuliert, die du auf der Galaxie-Karte machen kannst. Noch mal zum Thema Baby-Boom. Großmutter sechs Kinder, Mutter drei, ich null. Ja, Ende der Geschichte, oder? Also, wenn ihr sie über die Galaxie-Karte befehlt, jetzt machen die auch das voll simuliert. Also, die fliegen tatsächlich auch. Hm. Dann haben sie das geändert. Ich weiß nicht, wie es vorher war, aber wahrscheinlich war es anfangs anders gewesen. Ich weiß nicht, wann du das vielleicht gespielt hast. Naja, das letzte Mal war es beim Rift, aber da habe ich keine Flotte benutzt. Ah. Ich habe nur, was es Rift-LC kam, Rift angemacht, damit ich die Achievements bekomme, weil ich ein kleiner Achievements-Huche bin. Äh, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie lange das her war, aber ich meine, da hat es auch schon funktioniert. Ja, aber da habe ich halt nicht probiert mit einer Flotte. Und befehlen. Ich will nie mit einer Flotte los. Ich geh halt nur ein bisschen weg, um mehr Platz zu haben. Oh, König Henry ist gleich da. Nice. Gibt einfach keinen Ort. Ich seh's. Ich blende euch mal kurz aus. Kurz vor der Barriere bin ich bei Q77 oder sowas angelangt. Das wäre optimal. Dann bring meine Einstellung was. Naja, es ist halt nicht gedacht an dich, dass ich in einem Gebiet, wo 3000, 4000 Omikrons ist, mit einem Schiff ohne Omikron und 300 Rumpf rumfliege. Du bist jetzt bei welchem Ressourcen-Gebiet? Äh, Trinium. Äh, da sind glaube ich schon 10.000. Ja, wenn gut möglich sein. Seit wann? Weil Wahnsinn. Echt? Ist das so krass? Ja, 200% Schaden machen die Gegner. Alter. Wörter drauf, von Tom Peso zu fest zu werden. Das war The Big Taste. Moment. Ich dachte, die haben erstmal 500 oder so. Äh, nein. Das ist auch normal. Also wie gesagt, die Xodan schwere Angreifer-Fregatte hier gerade hat 6.500 Omikron. als ich auf die aus Versehen geschossen habe. Ah, stimmt. Normalerweise hast du auch keine Hardcore Xodans als Gegner in dem Gebiet. Äh, am Anfang Gebiet die, äh, Gatten, die patrouillieren, die haben schon 1600 Omikron an Schaden. Als Vergleich. Ja, ich höre es gerade. Ich kann ihn nicht sehen, er ist zu weit weg. Gerade. Ich wollte dir sagen, wie viel der Kreuzer hier gerade in diesem Schmuggler-Versteck, äh, hat Powerhack, oder ist zu weit weg, kann ich nicht sehen. Ah, da, da, da. aufbaut ein neues schiff viertes ein haliges kreuz also eigentlich ist das ein community event sebastino du bist hier kein follower oder sonst irgendwas gewesen deshalb würde ich das jetzt nicht machen du bist nicht böse gemeint im chat gerade wie hast du mich gelernt du bist nicht sebastino vielleicht wieder auf dem rechten weg zur erleuchtung des imperators beisteuern schöner abend dir auch noch da war ich jetzt zu hart einfach die hoffnung und träume genommen bin ich schon ziemlich frech 99 aber auch schon 30 weiß dass das baujahr war wenn nur ein mann kann nichts liefern naja du kannst mit fünf immer noch kinder haben so ist es ja nicht das ist jetzt an lucky ach komm bergbauschiffe findet ein titan hast du reden wieviel titan brauchst du denn alles und noch viel mehr jetzt kommen schon englischsprachige und fragen nach passwort wie kommen die bitte drauf ja weil wahrscheinlich größte aborion stream gerade aktivster server gerade und der einzigste wahrscheinlich werden genug server sein die aktiv sind aber bei twitch meine ich jetzt thank you high tech du musst einfach nur ein server machen und dann kommen die ganzen stream sniper ich bin platz von der spielanzahl eigentlich bitte also oben aborions haben wir gerade viele mann ja schon noch mal über zehn oder dritten oder vierten platz von den ganzen server weil wir fast 20 leute sind auch und so shit wir müssen selber umbenennen was denn nur random es gibt hier ein befehl dafür dass dann gemacht hast du es dann ja ich weiß dass du die beschreibung verändern kannst ich finde das da komme ich mir vor wie er bei walk of 3 früher wenn du so einen bot hast der den server äh den spiel gehaustet hat ich bin immer noch mal sein sporn punkt enden an der schiffswerft oder ging es auch an reparatur doch nur noch bei der aktion ziemlich gut gesund sein naja scheiße über 85.000 valakrise da ich hier so netter kreuzern neben mir grad 14,5 k omikron alter aber dann müssten ja die waffen auch besser sein die du lotest ja natürlich ja guck aber das material ist leider nicht besser du wirst ja trotzdem schneller gesiebt als naja joa das kann man doch überlebe nein erzähl nicht ey kann ich die ausrichtung des schiffes nach norden ändern irgendwie ja du hast ein menü ein unten so ein reiter ganze schiff rotieren ja yes wie liegen gut danke ja sie 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 was für ne abfrag lizenz du bist in einen schissriedhof und dann musst du lizenz kaufen damit du dort abfragen darfst ja sonst kriegst du auch ich bin nicht im schiffsriedhof dann keine ahnung ich bin einfach in einem gebiet wo nexel ist ich bin im schiffsriedhof und habe eine lizenz für fünf minuten gekauft und die sagt mir nur dass sie in zwei minuten mal lizenz kaufen ja ich weiß warum allianz ja 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 darfst du nicht vergessen wir fliegen ganz zeit mit allianz schiffen rum ja so sieht es aus nur noch zwei minuten danke ob scurio für den prime sap vielen vielen dank aber hast du für drei minuten gekauft oder was fünf ich habe richtig gegönnt hat sich das gelohnt nein ja gut ich beschiss nie mit einem eisen abbauturm der keine in der hoffnung irgendwas abbrückelt weißt du ja hätte ich eine nano-lizenz wäre alles einfacher die letzten 30 sekunden laufen gewinne 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 bei einem der gefechte werden glaube ich erst den nächsten tage kommen da es hier aufbau phase ist aus puf macht kamikaze ansätze ich bin gerade nur ein bisschen irritiert weil ich glaube dass meine schiffsausrichtung richtig für den arsch ist oder kaputt nö eigentlich nicht nur im baumenü spinnt er weil wenn ich äh bei mir habe ich auch einen flex ne wenn ich kopieren will klappt das nicht mehr so wie vorher operation spiegel nix ach deshalb so ist besser oh scheiße da bin ich gerade voll in Sforx reingeflogen als Drohne wie viel crewplätze habe ich drin ich bin doch gerade so weggekommen als angefangen hat torpedos abzufeuern ja ich meine als Drohner verlierst du schon nix wenn er dich tötet ein vorteil muss es ja haben ist halt die demütigung wenn er sich mit der flack umbringt hat jemand ein schmugglerzentrum gefunden im nanoidgebiet noch nicht das wäre jetzt hilfreich wieso hast du rein zu welchen brack mit geklautten handelswaren näher aber dann könnte ich die lizenz kaufen auch die millionen französisch wahrscheinlich nicht aber so nix nehmen ist natürlich wunderschön für einen franzosen er ist auch kein franzose ich glaube das kostet 6 millionen er hat schon mal deutsch gesprochen hier ein Schweinehund ja die sehen alle dass das server so fett besetzt ist mit menschen und wollen jetzt alle auch ein teil sein von der bewegung von diesen menschen ja und dann alle cool sein ein teil der kuh ein teil der kuh jetzt gucken 200 leute zu das ist schon ein drittel von der spielerschaft das stimmt nicht also teilweise hatten wir 240 gehabt 250 ja da haben sie noch gedacht dass das spiel interessant wäre es sind immer noch für 200 also 218 leute finden es immer noch interessant die haben sich verklickt die suchten eigentlich einen pool streamer oder sowas alles bots die du bezahlt hast ne alle das sind alter egos die proof bots alle bezahlt dafür meine schiffe zu bauen ne moment dann mach ich erstmal anders einfach so ne so ne wand wo 200 samsung handys an substandard kleben und dann bei batman ja du kennst dich aus also bist vom fach man könnte behaupten ich bin fachinformatiker mal gewesen bevor ich medienwik medientechniker wurde ja 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 ich hab so das gefühl dass du nicht erst sagst mal ich hab so das gefühl dass du nicht erst sagen das hört sich nach mir an ja warum ist auf diese 30er kreuzung plötzlich 200 verschiedene samsung resu und alle stehen dort das muss doch in sicherlich ein stau sein will keine weiteren abschrott plätze ich will versteckt du bist ein bisschen weit oben das ist die gefahr darin ja das ist kein sinn das ist schön zum ersten mal seit jahren das ist seit dem neuen patch so passiert man auch öfter ist der rift hat jemand näher bergbau silber silber titan habe ich zwei stück raum ich habe mich sehr gebrauch im spiel hat sich 100 sektoren bewegt ja wenn du hast du fahren jetzt kann ich ja was geht was hast du denn geld nehme ich gerne wie viel wollen sie denn hilfe das was du passen meint einfach ja ein kredit ist eine schöne brücke warum habe ich jetzt bezahle auch geschrieben was ist jetzt los nein hilfe menschen spieler sind auf dem server ja ich habe gerade geschrieben also weiß ja ich mag ihn geh 빠zi ich fühle dich fühle dich der man irgendwie nen handels loop einführen kaufe in dem sektor verkauf in dem sektor ich das ging nicht im galaxy gibt es hier besser oder einer reicht wohl ich muss kurz glaubt brauchst du glaub ich muss noch mal schicken also aus der luftschläuse austreten hat glaube ich nur eine grüne software mit der software geht analog oder mit dem captain ja das gebiet ist leider zu groß dass er dazwischen mit normal handeln hinkommt also die er müsste zu weit hin und her fliegen ich habe jetzt eher das problem dass ich so weit runter muss schiff gedrückt halten sagt einer übrigens dass ich mir erst mal die nanoid dingens probieren kann mikroprocessoren sind halt sehr gut zum handeln wenn man das bisschen exploiten möchte ich habe hier eine grunde mit antigraf einheiten das ist auch schön am besten sind bergbau roboter die sind auch schön die sind zu schwer da geht hinterher ist genug platz da ist ja also hat die graf einheit wiegt halt nur die zweieinhalb glaube ich ja dieser nischt ich glaube bergbau fünf meine ich oder acht irgendwas wurde als gefahrenzone wo hartmord drin ist ja ich warte irgendwie darauf dass irgendeine fraktion hier gewinnt damit ich mal den schiff hause nehmen können das hat grills ich muss sagen der eine der träger da besteht halt praktisch nur aus naunie blöcken also ich habe was richtig krasses gefunden fragt mit trinium aber das werden millionen von trinium sein glaube ich eine station ja deswegen muss ich jetzt schnell nanoid fahr mir die dinge lizenz holen damit ich das abbauen kann er wirst nicht den sektor auf der karte zu markieren habe ich schon gemacht seit zwei stunden aber ich bin noch nicht wirklich weit gekommen irgendwie ist mein baumodus gerade verpackt das überleckt ein bisschen aber es kann nur lustiger werden ich mein alles entspannt irgendwann kommen sie an den punkt wo du so zweieinhalb tausend dreieinhalb tausend 3000 blöcke kopiert auf die linke und rechte seite damit es symmetrisch ist und das ja einfach sich zu denken so dann sehen wir jetzt ein verbot aussprechen unter 15.000 noch besser wird es wenn wir dann so ein super carrier baut wo einfach mal acht flugstoffen rauskommen und irgendwas abwracken wollen bei mir gibt es nur mindestens zehn das war jemand der das flotten geschwader benutzen möchte bitte nicht die ki also die ist so dämlich hey geil da ist der kanone ich fliege direkt auf zu naja ich meine das alles war das gut an die staffeln ist halt nicht da ist aber die können dann nicht mehr ausweichen und sterben halt liegen ja das meine ich ja man kann nur ein kugel die will mich umarmen ich umarme zurück liebe mit der kanonenkugel warum warum lachst du denn wenn ich hoffe siebenmals meine besser aus das hat mir schöne form ja dieses baum in die manche das baum ist wie ich also ich ja was willst du anders machen also man hat es genau perfekt gemacht und siehst du da so eine scheißkleine lücke ach alles gut nicht glaube ich aufs gitter fixiert hat sondern erst voxel frei glaube ich in einem umgitter modus aber er hat ein kooperatives licht das leuchtet blau es leuchtet noch nicht blau aber es leuchtet aber ich weiß noch nicht ob ich es blau mache mal gucken es wird gelb dass man sternzerstörer werden nein es wird kein stern guck mal ich alle beim baum zu ist welch nervös das sieht aus wie eine sphinx umgekehrt das sieht aus wie die die was du auch so bauen kannst von den pc okay wir erhöhen den schwierigkeitsgrad noch ein bisschen nur ki-gefertigte schiffe doch ein bisschen sphinx ich weiß ich kann sie ja groß gerade in die dinger man ja über den eisen sektor ja nicht hinaus ja ich kann auch schön ja schön ja aber funktional nein generieren die man da noch ein bisschen umbauen muss das problem ist die funktionalität hallo doktor du musst ein gigantischen haufen an generatoren dann auch drunter klatschen damit das ding nach vorne kommt ich glaube ich war noch nie so langsam das war die ganze zeit quatschen naja das ding ist ich bin viel zu früh nach vorne gegangen dafür kannst du nur selbst was meinst du bist zu fuß nach vorne gegangen weil ich zerstört wirst nee 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 aber weil ich halt nichts gefahren habe in der zeit und mir die dinge ans fehlen ich habe geld aber bringt die vorhandene zahlen die dekorative gräten dran die nicht exakt gleich groß und lang sind die bloß weg du bist gleich im xaneon gebiet was machst du da oben ich habe auch schon ein bisschen voraus dann lasse ich die kule einfach stehen und dann geht zurück in die mitte wo es schön gemütlich ist ja ein paar feindling betrifft viele noch im staatssektor sind dort die genießen halt kann man da hat jemand seine gettling geflext also einer ist ja das höchste depot als drohne immer noch aber die hat doch drei löcher wunderschön wir haben über diese dreifach gärtling gesprochen vom profi ohne neue fraktion die uns gar nicht hast wie schön einige die ist neutral krass ja und deren schiffel sind warte kommen wir haben 17,8 k mikron reich nah dran krass wenig also ich schätze ganze zeit in einem normalen gebiet trocken also die rasch ist nicht das profi schafft sie aus wie ein frachter ja ich glaube das soll so was sieht man das eigentlich von seinem eigenen schiff wie bitte starke oder zieht man das oder dein schiff markieren da steht es auch unten rechts in den infofenster im baumenü und oder schiff statistiken sieht man dass superman schiff bei feuerkraft ich bin stärker als euer hate irgendwie erinnert mich jetzt dein chef an homeworld 1 du hast noch du hast noch was vergessen im blau unten drunter hier ist eine andere farbe weil ich das blau nicht mehr sehe wo ist denn das power powervolle lila heute kein lila dafür geschwindigkeit streifen ist einfach schlimm i am speed wenn ein rom schiff mit jeans tragen würde welche jeans wärst du dann optimist es sieht aus wie ein schiff optimist was macht sie mal einer gedanken über sein schiff ne und dann sowas und alle lachen ja und alle lachen einen aus dafür wenn ein schiff sehend würde man auch lachen also wir kennen ja nix wie ein besseres deswegen müssen wir dich über deins lustig machen weil unser wird sowieso nicht gesehen richtig noch nicht eure sind so hässlich da fliegen alle vorweg ich habe sogar ein was will ich bin innovativ ist nachhaltig nur grüne energie die wälder bitte hab hässlich spulen dankeschön gibt es xanien zum abbauen es bringt sehr viel wir müssen jetzt auch was hier xanien zum abbauen gibt xanien zum abbauen und xanien verarbeiten ohne die lizenz geht nicht du kannst du schiff ändern dass das xanien blöcke besteht egal das finde ich jetzt schießen das gefällt mir nicht nein entern das habe ich so selten gemacht man die gemacht also jetzt jetzt bleibt dieses wunderschöne kuhschiff einfach dort stehen und ist wie so eine bombo hier für mich für die nächsten glücke entern habe ich gemacht aber habe eine station geändert dafür habe ich ein schiff mit klonen klar kapseln vollgekleidung akademien damit genügt soldaten da sind was du hast denn für keinen kuhfrachter bestellte nach drei stunden was geht jetzt hier absoluter krieg ich habe eine fliegende militärakademie gebastelt der alles annimmt erstmal alles einsammeln hier war gerade irgendwo dahinten die über strebungen unten am bauch des schiffs haben was von einer dead space äh ästhetik hier ist doch hässlich und plötzlich ananas wir müssen einstellen dass man wieder die ressourcen wiener kriegt weil du deine verlierst nee weil man die dann ab äh kaputt machen kann wieder die schiffe wenn sie kacke waren ja man kriegt die ressourcen wieder nein 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 ich glaube ja auch zerstört und soll das denn ja aber nur weil check da drinnen auf einmal im bereich war ja und dann kamen die piraten komischen sowas hat jetzt länger gedauert als ich dachte ja ich bin ganz woanders gespawnt als ich gestorben bin äh du kannst aussuchen wo du es passen wir an nix gelesen kein fliegender penis ich habe einfach nur ein stabiles schiff gebaut hallo aber wenn so dein penis aussieht dann würde ich mit dann würde ich die vorgen machen stetig das ist ein schnabeltier das sieht aus wie ein schnabeltier so ein bisschen umgedreht das ist Perry das schnabeltier das ist Optimus das schnabeltier das ist Optimus das schnabeltier auch das finde ich jetzt doof dass mein Mining Ship kaputt ist es tut mir echt leid ne ich habe es nicht mehr geschafft in den sektor mit so viel weg das ist verrückt ich weiß nicht was du meinst warum ich von oben drauf gucken soll man wird hier manipuliert und oben sieht es noch am besten aus finde ich das ist der goldene schnitt das ist lange aber dafür extrem dünn für den toaster fehlt der schnitz oben das ist ja auch echt groß wenn du es theoretisch vorne an die Nase so eine Art Kettensäge setzen dann hättest du eine schöne Kettensäge an sich habe ich mir nichts gedacht beim bauen war heute meine Hülle eigentlich nur 79% was passiert lange ohne Kuh gewesen dann verlierst du Hüllen Schaden ja der Hüllen integriert achso ja da kann das liegen da gebe ich dir recht da wurde schon wieder Titan genommen ich habe nichts genommen alles Lügen Lügenpresse hey Junge du find ein Ship was ist das denn er hat einfach mal ne Station kaputt gemacht also mit den Kriegen ist echt krass also richtig viel wobei nee wir verkaufen das Eisen hier noch das habe ich noch nie so gesehen 是 ja gut find ich eso nicht Büro ja schon wenn mal alles rumlaufen aber mach man das ganze Allianz Geld genommen oder hat da jemand zwischendurch gesagt ich leihe mal eben geld ja hat ja was gehört und da kam nix mehr zurück mit verzerrter stimme glaube ich kann ich irgendwie crew von einem shop und anderen laden mehr dran und dann mit f transferieren f für pay respect am sag muss gleich mal pinkeln also das schiff erinnert mich daran dass ich auf klo muss die toilette aus oder ich habe noch den ganzen kompletten wortlaut 150.000 gleich mir wenn du warum töten nicht piraten wir können ja auch helfen man kann ja auch ein bisschen was rüberschieben meistens mein haus von der piraten ab und ich bleibe richtig du kannst du kannst gegen piraten nicht bestehen du musst abhauen von den piraten mein seestern hat ein problem der dreht sich immer so ist komisch das schiff gebaut habe gemerkt ich habe kein geld habe gemerkt ich meine falsche situation und mein schiff ist gut zu bekämpfen hat das zweite schiff in der nähe so jetzt soll ich in der scheiß richtigen station an wo ich im zweifel auch sachen verkaufen kann mit einem kaputten schiff ich habe nur kein geld gehabt um zum beispiel zu kaufen spiel will ich verarschen ich finde keinen titan bergbau leser ja musst du weiter so denkst mir auch also ich habe einen hast du den frachtraum ich habe einen air bergbau leser übrig oh nein also ich habe einen eff abbau aufgreiter bergbau leser schiff los ne bei dem ehrle er bergbau leser brauchst ja frachtraum deshalb ne i f f ne i f hm jetzt kann ich kein bauwissen kaufen weil du arm bist weil die fraktion neutral mit mir ist ja muss erst mal aufgezeichnet kommt lässt sich nicht aus oder gut 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 müsste reichen glaube ich ganz aber auch er darf ein tauschen da wenn er die galaxie verlassen ist das für ihn gewesen jetzt ich glaube ja wenn er aber hat ein paar probleme ich habe gerade auch extreme probleme mit meinem schiff keine haus ist so macht du kannst erst ressourcen eintauschen wenn du in bestimmten das ist ja das problem habe ich ja versucht junge warum drehst du dich denn die ganze zeit bist du besoffen schiff irgendwie müsste die künstliche gravitation hergestellt werden das ist ganz komisch kein bock selber zu fliegen das war dann für mich ist gerade oben rechts eine quest von mir aufgefloppt er soll schon von der fünfte stunde hast du schon fertig gemacht ich glaube mein schiff wird gebremst wegen mein flügel luft widerstand im all ja wirklich also ingot stimmt hier nicht ich teste es jetzt mal so ohne die flügel jetzt geht der eier trotzdem das sind trick als empfangen aus gleich hilft es ist einfach ein englchen ist alles aktiviert ich mache einfach fix nix chirurgische verlängerung wird eingebaut für das schöne schiff das willst du sagen als die rote rakete es gibt keine rote rakete optimus hat sich verändert alle sagen dass ist ja schon wieder da oben bin ich hier gespawnt ich will hier gar nichts stimmt du kannst ja nicht mal runter zu mir weil mein schiff nicht mehr da also ich kann dich ich kann ich habe den im bord kommt ja schon gesagt dass das nach hause fliegen soll so lange nicht in einem piraten ambush oder wieder exotan reinfliegen soll es ein bisschen näher und ja du kannst immer noch mitspielen muss mit black kennen im discord reden einfachen wartebereich erwähnt gehen und dann richtig gebe ich ja da musst du noch ein bewerbungsgespräch machen dann gibt dir teil wenn du alles am besten bilder in schwarz weiß die kommen gut an man kann auch blöcke upgraden lebenslaufe soll mit dem blog den du haben willst aber was den anderen blocken wird alt während dessen dann kannst du diesen block ändern zu den anderen block so jetzt habe ich was falsch gemacht gibt es in unter taste nöne und der dinge von diesem feld rückgängig mit der steuerung set oder steuerung alles klar wie bei excel damals hast du kein tutorial gebraucht ich weiß noch nicht mal ob es damals gab es gab nur den adventure oder die irgendeinen blödsinn erzählt ja der hat die basis geklärt um genau zu sehen nach vorweisen und ein erstes schiff euren captain an guck mal hier kannst du benutzen kann die torpedos du hast du dich endlich ist geschafft ins titangebiet zu kommen dann erzählt er dir dass du auch ein sprungantrieb passt das ist genial ja und wie geht das oder manche tippa wir haben ja ein sprung eigentlich antrieb ist es ist ein sprungantrieb es ist ein sprungantrieb hyperinteresse wenn vorgegeben strecken und überlegt fliegst was aber hier nicht im grunde krümmern den raum um unser schiff herum das sich nicht bewegt sondern der raum um uns was los noch nicht gesehen was big mama heißt mach am besten bei dem haken auto zuweisen bei der crew prüft du kannst an der seite den schiffs buchstaben drauf klatschen dann wird es immer an den schiff namen angepasst erst habe ich gesehen aber danke für die info was bringt eigentlich hyperraum reichweite weitere reichweite kann sie weitersprungen springen du kommst weiter aber ist es nicht pro reichweite weil es gibt es noch mal nein das ist die sensor also da reichweite also bei hyperraum verstärkt es ist ja nur dass die grünen punkte da weiter weg angezeigt werden punkte und die gelben sind ja die masse und dann hast du für sektor in also innerhalb des sektors hast du noch mal sektors kenner reichweite auf die kann sie dann gucken wie das sind sehr gut abfragen kann oh wir hätten da was eingezahlt scheinbar sind die illegalen bauschaum mafia geschäfte erfolgreich gewesen und man hat profit gemacht ja bauschaum hat big mama auch zwei taschenlampen sie leuchtet an der seite ja von 25.000 da ist er wieder geht doch eigentlich also verbaut habe ich mich nicht das ist unlucky nein jetzt bin ich heute wobei stopp normal springen springen da und 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 also ich find es toll was sie als spiel eingefügt haben ich habe nämlich gesehen du kannst reparatur kids kaufen und dann quasi die schiffe wieder ja ist okay unbekannte stimme weil ich stimme aus dem äther geschieht hier kann man die hyperdaten die man eingegeben hat auch wieder entfernen welche daten so viel dazugekommen es geht einfach darum wir spielen auf dem höchsten spieligkeitsgrad hier auf dem server wenn piraten kommen kannst du nur tür mit anfangsschiffen und wenn du ressourcen brauchst hätten wir dir auch einfach ressourcen gegeben also sind ja genug spieler da die auch abbauen massiv na super dämlicher asteroid der mich ist so schön dass das direkt vorm port ding ist er hat bonk gemacht ich kann mit der rücktaste gerade nicht mehr aus dem autopilot raus was los deswegen kann ich das nicht ein so dass im kreis da wird künstliche schwerkraft zurück moment ich gucke ich kann noch spielen das ja so hängt ich mach alter 4 also ich kann spielen ich brauche mal was an mein schiff dran der chat regiert nicht mal im in-game aber mir auch nicht okay hey wieso kann ich mich bewegen wegen größte zurückgesetzt ich hole auch noch schaue mit meinem besten also ich versuche jetzt einfach neu zu verbinden ansonsten starten server einmal neu wahrscheinlich ein asturin hat den server kaputt gemacht optimus crash ist sehr leid ich versuche nie wieder gegen asturin zu fliegen ich glaube der server ist da und du kannst auch nicht wie connecten kann ja auch nichts am echten server neu start ja bitte neu starten nein da wird nicht wie ich hätte der backup ja alle zehn minuten also sollte er jedenfalls tun runterfahren sollte auch backup sein dass ich mein schiff wieder bekomme also das können wir schnell korrigieren prüft macht den gottesbefehl und dann ein schiff explodiert von alleine habe ich vorher noch zum portal verdammt wollte ich eben noch hoch fliegen braucht man beide dcs nein ich glaube du brauchst gar keinen dlc auf dem server mitzuspielen weil du kannst dann nur nicht die rift singer machen oder ja du kannst auch die funktion des waffen zusammenschmiedens nicht benutzen ich war im black market glaube ich reingemacht das war vorher schon drin gewesen ja du kannst halt diese black mark diese konvoi dinge da nicht machen der konvoi das hacken die mission mit dem schmuggler zum beispiel so ja da sind ja eigentlich eingestellt dass das aber manchmal runter fährt also neu startet moment glaube ich das wäre schlau ach quatsch ich habe es gerade neu gestartet also hier man kann es auch wieder connecten aber es war alles oder einmal am tag selbst dass das zu wenig werden zu viel gebaut worden ist aber es ist ein paar minuten zurück jetzt moment wo sind meine geschütze ja meine geschütze sind weg ja deine nasen auch noch nicht verbastelt ja meine ressourcen sind ja auch weg hatte ich verabschiede mich mal für heute man zieht sich warum ich weiß was passiert ist der asturin hatte ich bestimmt zerstört oder so keine ahnung ich weiß auch nicht ganz schräg ja normalerweise hat aber diese bugs nicht zumindest in den zingern nicht du benötigst getan die ich nicht habe gerade das weihnachtslied machen schlägt noch das kann ich noch von damals in der server lasse speichern nur gewisse sachen also der server war laut lock nicht überlastet ja wie gesagt normalerweise lässt man zwar mal neu starten alle sechs stunden also zwischendurch war mal die überlastet aber das war sie seit 21 25 nicht mehr man die masse von big mama hat einfach den server zurück gesetzt also deine manöver gegen den asteroiden muss heftig gewesen sein war nicht etwas von wegen wenn mit hoher masse verlangsamt sich die zeit denke so langsam kriege ich es nicht hin mal ne frage was ist das material ogonit es ist orange und schwer ja wenn du ein baumenübis hast oben links alle ressourcen angezeigt und von oben nach unten kriegst du sie das heißt ganz unten ist das seltenste und ganz oben ist das am häufigst verfügbare ich glaube ich glaube ich das auch okay die sagen dennoch sind wenn du ihn drückst du oben links alles aber brems doch ach da hast du weil ich habe ein system aus ogonit gefunden aus dem container ja das ist gut aber was auf subsystem plus effizient erhöht erst diese flinster leichter ich war der und was ist astroi du kannst beim reparaturmenü links einfach auf alles reparieren klicken richtig aber kann ich mir nicht leisten weil ich mir genug titan habe nicht funktioniert aber das funktioniert nicht könnten ja das titan aus dem allianz depot nehmen das wäre erfolgt habe ich ja es sollte sonst noch kurz ein bisschen was geimproven moment ja es reicht nicht aus dem allianz depot bitte spinnen sie jetzt komischerweise hat er sich gemerkt dass ich meine ressourcen verkauft habe aber meine bergbaugeschütze hat er alle weggeschleudert der penner sind alle weg wurde auch als verkauft gekennzeichnet wenigstens bist du nicht komplett explodiert das passiert auch so das weiß ich komplett reparatur ich tue doch alles um unseren großen blauen space dildo zu reparieren etwas von thomas der dampfmaschine so ein bisschen das wäre es perfekt alles los was stimmt mit euch nicht schädigt angezeigt wie viel zeit hast du wenn du wissen willst was plötzlich stimmt wo soll man anfangen das erste traum oder das letzte also bei mir fangen fing es an als ich geboren wurde und ab dann ging es noch bergab direkt runter gefallen für dich ja die haben mich rausgezogen sich erst mal erschreckt und dann was ist denn dann bei diesem subsystem plus real level plus du kannst dieses ding anklicken mit alt und in den chats schreiben dann sehen wir das alles und können dieses sofort jetzt wir gegen asturin fliege tut mir leid ich habe einen schmuggler outpost gefunden recht hoch da diesmal sogar nicht mal so weit weg spring zu dir hier ist auch mr bacon der schmuggler bauwissen laut unseren unterlagen dürfen wir keine oh ich habe die angegriffen was möchtest du im chat posten ja wir haben schon spaß beim neustart haben wir einfach sieben leute verloren ist die steuerung stg und einfach auf dem drauf drücken ich werde mal was in die allianz bank legen als spende für mein vorzeitiges ableben also dein bergaufsystem bild ist auf organite technik ja die werden immer in organite gespawnt aus dem container hat eine reichweite von 5,28 kilometer und kann 26 meinbare astroiden orten und ist material level plus 1 oder material nein hilfe das heißt er kann die material level darüber mit erfassen also arvorion erfasst er mit ich bin auch und spende was ich meine irgendjemand hat ja mal ein kampfschiff was das update haben bräuchte könnte müsste bräuchte dinge hat hat überhaupt irgendwer ein kampfschiff der zu was zu brauchen ist naja ich glaube nicht ja auch einmal hat überlebt es ist mal drei gekillt aber die nächsten drei haben mich dann fast du hast drei geld oben schlecht er kommt darauf an welches gebiet du bist du dann gerade wir haben auf jeden fall jetzt ein schönes upgrade für türme ja ich glaube das ist verschwunden danke drei dafür ein kleines ab vielen vielen dank der reite irgendwie jemand noch zwei wechsel bitte nicht ich habe gar kein bikini da machen wir in arvorion hat hat das ist die markt glücke du brauchst aber so ein drehrad mit irgendwelchen goals drauf oder so ist brete andere zähler geht auch so schiefen aber es war ganz schön hier denn das zu reden weg er gar nicht der tarwendo fragt um einen mentor dem das spiel beibringt wenn der mit seiner arbeit fertig ist wenn ich das erst mal mache ich auch dann schlafen wir doch alle schon ich kann es gerne machen ich bin bestimmt bis 4 oder 5 dennis ist immer wach dennis kann das machen im guide bereich des arvorion spielens gibt es ja sicherlich auch leute die haben so paratille kollege geschrieben so how to's es gibt auch coole einsteiger videos habe ich mir drei angeschaut und dann wusste ich alles nicht wenn man auf p drückt dann gibt es auch so was das heißt enzyklopatie oder so klar lesen das geht ja nicht da ist eigentlich alles drin da kannst du sogar suchen drin zum beispiel kaputt man ja gibt es so nix da klonen ne kapitäne irgendwie leicht ressourcen astroiden sind ja also wenn ich in einem sektor bin drückt ich einfach so lange tappt bei mir auf der testatur für sich unten rechtzeitig astrid mit leuchtenden objekten sie und denen da fliege ich dann hin da wurde der zeiger hin zeigt oder was du drückst einfach rennen und dann ja das kannst du machen ja das habe ich auch probiert aber vielleicht ja du bist nicht eingeschränkt hier sind leute sind viel älter als du glaube ich möglich ich meine am einfachsten ist natürlich die kosten ressourcen monitor und wird sie angezeigt diesen schütteln du holst den captain du drückst dann kommst du auf diese strategie karte dann hast oben crew also bei sektor hast du die drei reiter vier reiter da gehst du auf crew und dann guckst du bei den verschiedenen stationen auf da ganz links ein eigenes captain schmuggler genau wenn die dann noch einen besonderen namen haben es gibt auch captain keine präferenz die sind am billigsten und du musst halt auch gucken wegen den eigenschaften das haben die nämlich neu reingemacht irgendwann der hier kostet 100.000 das war kein menschen wort beim docken jeder sektor wo ich ankomme aufgrund von unruhen wurde dieser sektor als gefahrenzone ausgerufen was hier los ist ein unheilsbringer egal mehr loot für mich also ich hab mal so ich hab getestet und ich kriege 100 prozent der ressourcen wieder okay vielleicht braucht es ist eine gewisse zeit wenn du quasi irgendwie x sektoren betreten hast dass du dann völlig also ich habe vorhin teile ist schluss abgeraue abgerissen und dann habe ich keine ressourcen gehabt oder das hat dann du brauchst keine ressourcen du hast ja die geld allianz bank ich würde sagen in der allianz bank ist jetzt auch nicht so viel drin nicht mehr nicht mehr also vorhin waren da noch 500.000 drin und dann ich habe mich 500.000 genommen also ich gehe jetzt pinkeln während mein schiff hier schon arbeitet sind meine schiffe alle arbeiten und ein bisschen geld zu verdienen ich habe drei hässliche und ein schönes weil es blau ist das hat echt was von einem schiff und einer lok und nur weil ihr alle nicht kreativ seid ich gehe jetzt pinkeln ja guck mal da sind Piraten auch getaucht wie schön ja aber der sektor ist verteidigt ich muss mich darum nicht kümmern dass wir vielleicht zum besser das flucht der karibik ach ja das ist alles sehr antiklimatisch ich dachte ja wir wollen es lange und so sichern ja jetzt bist du da ganz und ja ich habe gesagt jetzt zurück als wenn du von da ganz oben darunter ist natürlich alter der gute q ist oben als meines form damit ich darf gleich wieder hinkommen er muss sich um die gesicht ihrer sportpunkt so oft wieder draufgegangen ist er ist mir wie wir immer wieder hergestellt und bekommt die zahl mehr und noch ein q wer ist er kevin james hat in der wohn ne kenne ich nicht ich kenne auch dj khalid der das sagt ja mal gewonnen ja ja gut er ist sofort auch von seinem success ich bin heute noch nicht weit gekommen also macht ihr kein problem ich baue seit circa eine stunde an mein schiff ich bin auch ungewohnt langsam vorangekommen ich komme gar nicht voran normalerweise bin ich genauso schnell wie die anderen zwei am rande des barriere kann mich eigentlich krepp noch kann mich eigentlich kreppten kaufen und die zu anderen schiffen schicken ja ja aber du musst die schiff 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 zu schiff transportieren muss vor ort sein genau und die müssen ziemlich nah aneinander sein wenn du kein teleporter hast du musst das weiß in seinem auge sehen nicht in seinem auge es gibt in seinem auge es gibt so wenig kreppten und seine so nackt wääh du bist auge wollte du sagst ich habe Korsodon als hau ich gucke mich nach einem komodoro um irgendwie finde ich keinen es ist ein komodoro Ich denk mir grad so, hä? Warum baut denn Aurora nix mehr ab, weil es ist ja tot. Wie lange dauert das, bis sich Preise aktualisieren bei den Handlern? Steht da. Das steht da. Eine halbe Stunde. Jede 20 Minuten. Eher 20 Minuten, glaub ich. Wo kann ich das bei den Handlern sehen? Wenn du das öffnest auf der ersten Seite, ist da eine Zahl oben rechts in der Nähe. Über den Angebot, Dings. Mein Schiff hat 6 Omikron. Ja, das ist gut. Mit 6 ist es meins. Cool, Mann. Als ich, ich will mal 0. Ich hab bisher nicht ein geschützt gebaut im Spiel. Ah, ne, ich hab 64 Omikron. Also, brauch ich dafür einen Sensor oder nicht? Und du meinst, wir haben so Ressourcen. Och, komm schon, verdammt. Also, oben rechts quasi, wenn ich im Handelsposten mit mir bin. Ah, ich scheiße. Ja, bei der Ausrüstung ist es gerade. Bei was vom Händliff ist es gerade? Äh, Handelsposten. Ein normaler. Äh, die Preise sind fest. Da verändert sich nicht viel. Achso. Nur beim Ausrüstungs-Dock. Ausrüstungs-Dock, machst du nicht. Bei allen anderen Stationen, die Preise, die variieren nach Angebot und Nachfrage. Ja, aber nicht, das Sortiment ändert sich nicht. Hätten wir eigentlich... Das heißt, wenn ich da jetzt quasi viel verkauft, wird der Preis, denn die geben weniger. Ja, wie wir 100 Titanen irgendwo rumliegen, dass man in die Bank legen könnte? Frage für ein Freund, der in Astrid mit 600 gerammt hat vielleicht. Wie viel brauchst du? Was? 100 Titanen ungefähr. Kann man hier eigentlich auch Handelslinien einrichten? Also, dass jemand einfach rumfliegt und handelt, anstatt Bergbohrne? Ja. Ohne uns Engels halt. Machst du Großteils mit KI-Schiffen einfach. Ja, aber gerade was gesagt ist, sehr leise. Hä, wie soll das denn gehen? Wie soll man da in der Handelsroute machen? Also, es geht. Du sagst ihm halt, wo er was kaufen soll und wo er was verkaufen soll. Das habe ich in Ordnung. Ach so, nee, nee, nevermind. Du kannst auch Sektoren einrichten, wo du sagst, ich kaufe irgendwas und verkauf es mit dem Motiv. Ja, ja, ja. Das ist sehr viel einfacher. Das dauert aber viel zu lange. Finde ich nicht. Ich mach das mal. Passiv nimmt Beißen, ganz nett. Also, wenn ihr mir 2, 3 Millionen pro Flug macht, reicht es mir schon. Ja, das ist mir zu wenig. Das dauert 12 Tüten unterwegs, jede in Flug 3 Millionen. Und ich bin da ja so bei 100 Millionen plus. Warum habt ihr das viel, ey? Ich will auch. Nee, wir haben, also ich hab neun zu viel. Er lebt einfach die Dekadenz. Ja, wäre schön. Ich mein pro Router, dass ich 100 Millionen plus kriege. Was ist das denn geschafft? Auf ganz easy oder was? Nein. Na gut, wenn du das jetzt mit der richtigen Ware machst und du weißt, wo du die bekommst, dann geht's. Muss er doch nicht. Habt jemand von euch schon handelt oder sind alle Backboy jetzt? So, Sarasa ist da. Was geht? Ich handel auch gerade. Die Junge. Ich komm doch oft nicht mehr klar, seitdem auf Twitter es einer geschrieben hat. Hier steht dir gut, Sarasa.